Ja, dann darf ich Sie alle begrüßen zum digitalen Podium mit den Preisträgerschulen im Rahmen des Deutschen Schulpreises 2020 als Teil der digitalen Themenwoche der Deutschen Schulakademie. Mein Name ist Lennart Brinkhoff, der ein oder andere, die ein oder andere kennen mich vielleicht jetzt von der Preisverleihung unter der Woche, bin eigentlich für den SWR sonst im Einsatz, aber seit 2017 schon Moderator beim Deutschen Schulpreis und freue mich auch heute hier durch die Veranstaltung führen zu dürfen. Neben mir steht Andrea Preusker als Projektleiterin des Deutschen Schulpreises von der Robert-Bosch-Stiftung. Andrea Preusker wird bei den Teilen, wo es darum geht, die Stiftung, den Deutschen Schulpreis, Inhaltliches von der Stiftung oder vom Preis vorzustellen. Da wird sie sich jeweils einklinken und wird auch den Ausblick später machen auf die spezielle Ausgabe im nächsten Jahr. Lassen Sie uns vielleicht zunächst mal gemeinsam auf den Ablauf schauen für die nächsten 75 Minuten, so haben wir es mal geplant. Wenn es ein paar Minuten mehr, zwei, drei Minuten kürzer werden, ich schätze eher ein bisschen mehr, aber wenn wir echt spannende Sachen zu besprechen haben, dann sehen Sie mir das nach. Aber ich denke, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen, die nutzen wir dann auch. Wir wollen den Deutschen Schulpreis kennenlernen, weil wir ja davon ausgehen, dass im Gegensatz zu den Schulen, die jetzt teilgenommen haben, es auch Gäste gibt heute hier am Podium oder die zuhören, Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch nicht genau wissen, was der Deutsche Schulpreis ist, wie er funktioniert, wie der Ablauf ist. Und deswegen wird Andrea Preusker in ihrer Rolle als Projektleiterin den Deutschen Schulpreis gleich mal in einer überschaubaren, aber doch so einer Variante vorstellen, dass jeder mitkommen kann, wie funktioniert der gesamte Prozess. Wir wollen Sie dann auch kennenlernen. Dazu gibt es ein Fragetool, das ich Ihnen gleich vorstelle. Wir wollen wissen, wer uns da mal zuhört, wollen schauen, aus welchen Gegenden Sie sich zuschalten und für welche Institutionen oder in welchem Job Sie sind oder ob Sie vielleicht sogar Schülerinnen und Schüler sind. Und dann im Mittelpunkt stehen natürlich die Schulen, die jetzt seit Mittwoch eine sicher sehr anstrengende Zeit hinter sich haben, davor auch schon eine Menge geleistet haben. Das sind die sechs Preisträgerschulen des Jahres 2020 in der Reihenfolge, in der Sie das sehen können. Und zwar haben wir diesmal im Vergleich zur Preisverleihung oder zum digitalen Schulfest, haben wir die Schulnamen alphabetisch genommen. Es beginnt mit der Berufsbildenden, den berufsbildenden Schulen in Einbeck, BBS, die Grundschule Schuttertal wird dann vorgestellt, das Gymnasium Essen Nordost, die Hartschule Dörmersheim. Es gibt dann noch die Marie-Kahle Gesamtschule der Stadt Bonn, die leider heute nicht teilnehmen kann, aber uns Grüße dargelassen hat. Es war nicht möglich, das umzusetzen. Wir haben aber trotzdem vier der zweiten Preise heute dabei, lernen die in aller Ruhe kennen und haben dann zu guter Letzt auch die Hauptpreisträgerschule, die Ottfried Preußler Schule aus Hannover dabei und freuen uns da entsprechend mit der Schulleitung, aber auch in einzelnen Fällen mit Schülern darüber sprechen zu können. Ein bisschen zu erleben, wie ticken die Schulen, was sind vielleicht Konzepte, Ideen und wie haben die Schulen auch diese anstrengende Woche und diesen besonderen Mittwoch vielleicht auch erstmal nur die Minuten direkt nach der Verkündung erlebt. Ich denke, da können wir in alle Ruhe darüber reden und dann machen wir diese Veranstaltung auch, damit Sie Fragen stellen können von zu Hause aus. Auch das funktioniert über das Tool, was ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Sie können Ihre Fragen ganz gezielt an einzelne Personen richten, die dabei sind. Die können Sie auch schon stellen, während wir über einzelne Schulen sprechen. Wir sammeln die dann hier entsprechend und versuchen dann, die Fragen auch zu beantworten. Also wenn Sie gezielt jemanden ansprechen möchten, können Sie gern auch den Namen, die Schule dazuschreiben und dann leiten wir das hier in unserer Moderationsrolle entsprechend weiter, sodass Sie Ihre Fragen auch von der oder beantwortet bekommen. Genau. Wenn wir das dann, die ganzen Fragen bearbeitet haben, werden wir noch den Ausblick wagen, wie ich es vorhin schon mal angerissen habe und wollen ja auf eine spezielle Ausgabe des deutschen Schulpreises, nämlich 2021 schauen. Entsprechend der ja doch etwas ja veränderten, schwierigen Situation in diesem durch Corona geprägten Jahr gibt es einen Corona- oder einen Schulpreis-Spezial und da möchte Andrea Preuska dann nachher auch noch mal in aller Ruhe erklären, was dahinter steckt. Einzelne von Ihnen haben vielleicht dadurch sogar schon jetzt Kontakt zum Schulpreis gehabt, sind vielleicht schon im Bewerbungsprozess. Das soll am Ende der Ausblick sein, mit dem wir aus der Veranstaltung rausgehen möchten. Genau, dann lassen Sie uns schauen auf das Tool, was ich angesprochen habe, www.menti.com. Auf diesem Tool können Sie sich von zu Hause jetzt entsprechend mit dem Code 4967125 einwählen. Machen Sie das in aller Ruhe jetzt, keine Hektik. Ich gebe Ihnen da ganz entspannt die Zeit, dass Sie dort über dieses Tool teilnehmen können an unserer kleinen Fragerunde, die ich jetzt starte und auch über dieses Tool die Möglichkeit haben, die Fragen später ins Podium, wie ich es jetzt mal nenne, das digitale Podium dann eben reinzugeben. Also klicken Sie sich entspannt auf die Seite menti.com und dann ist da die erste Frage an Sie, nämlich aus welchem Bundesland Sie kommen oder ich übersetze es mal von wo Sie uns auch verfolgen. Kann ja wie in meinem Fall sein, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aber würde in dem Fall wahrscheinlich Baden-Württemberg eher angeben, weil da ist jetzt das Bundesland, in dem ich hier für den Schulpreis aktiv bin oder auch aktiv für den SWR arbeite. Also meine Antwort wäre Baden-Württemberg. Jetzt schauen wir mal. Baden-Württemberg setzt sich da schon im Mittelfeld, in der Mitte etwas größer ab. Sind Vertreter aus Hamburg dabei. NRW, Niedersachsen wird schon größer. Hessen kommt dazu. Sicherlich auch ein bisschen abhängig davon, wo Schulen jetzt in der Auswahl am Ende dabei waren. Niedersachsen und Baden-Württemberg sind bisher am meisten vertreten und wir sehen unten rechts, ich sehe zumindest unten rechts, haben jetzt knapp 20 Menschen abgestimmt. Deswegen warten wir einfach noch mal ein bisschen. Rheinland-Pfalz kommt dazu und schauen, wo sie herkommen. Bayern kommt oben dazu, aber es scheint die niedersächsische Gruppe, ja, da kommt auch in diesem Jahr die Hauptpreisträgerstule her, ist am stärksten vertreten. Thüringen kommt dazu. Dann hat noch jemand die Postleitzahl reingeschrieben. Da muss ich jetzt, muss ich jetzt eine kleine Lücke weisen. Ich weiß, dass drei Nordrhein-Westfalen ist, sieben, sieben ist Baden-Württemberg, vier, kriege ich bestimmt gleich aus dem Hintergrund recherchiert, aber auch sechs Ziffern sogar. Oh je, dann lassen wir das einfach mal so stehen, bevor ich mich da jetzt auf dünnes Eis begebe. Gut, also wir haben eine bunte, bunte Zuschauerschaft dabei. Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg sind am häufigsten vertreten und würden dann schauen wir oder gehen wir zusammen auf die zweite Frage im Mentimeter und die bezieht sich darauf, aus welchem Bereich sie kommen. Sind sie Schülerinnen, Schüler, Lehrkraft, Teil einer Schulleitung, sind sie als Eltern dabei, sind sie von einer Schulverwaltung oder als außerschulischer Partner, was wir ja oft bei den Schulpreisschulen erleben, dass die sehr stark in ihren Gemeinden, in ihren Städten verankert sind und gehören vielleicht zu diesem Bereich und bei Sonstiges. Alles andere, aus welchen Gründen sie heute dabei sein könnten, heißen wir sie natürlich genauso. Herzlich willkommen. Da sehen wir schon, die sonstigen Gruppe wächst. Viele Lehrerinnen, Lehrer dabei, einige aus dem Bereich Schulleitung. Schüler halten sich bisher noch bedeckt und auch Eltern sind nicht allzu viele dabei. Aber wir geben der ganzen Sache immer noch ein paar Sekündchen, sehen aber schon, dass es natürlich eher Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter sind und die Gruppe Sonstiges. Das wird für uns ein Geheimnis bleiben. Jetzt aus der Schulverwaltung auch noch ein paar Vertreter dabei. Und ich schaue mal auf, hinter die Kamera, auf den Lars Bayer übrigens von der Robert-Bosch-Stiftung vom Deutschen Schulpreis, vom Team, der uns hier technisch hinter den Kulissen unterstützt. Und gehen jetzt auf die dritte Frage. Und da geht es darum, kennen Sie die Ausschreibung des Schulpreises 2021, was ich eben angesprochen habe? Nein, wir kennen die Ausschreibung nicht, wäre die Option, wenn Sie mit mehreren vielleicht auch am Gerät sitzen. Ja, wir kennen die Ausschreibung. Ja, wir kennen sie und sind sogar registriert. Und das vierte wäre, ja, wir haben die Bewerbung dafür sogar schon abgeschickt. Also einmal die Kategorie Nein, gar nicht dabei. Und dann das Ja, wir kennen es nur, sind registriert. Oder die dritte Ja-Variante, wir haben unsere Bewerbung sogar entsprechend schon abgeschickt. Auch da warten wir noch ein paar Sekunden. Ah, es werden schon deutlich mehr Antworten, als wir bei den ersten Fragen hatten. Das haben sich langsam alle eingeklickt. Aber auch da 19, die die Ausschreibung auf jeden Fall kennen, aber die nächsten Schritte noch nicht gegangen sind. Und daneben der große Balken oder der grüne Balken. Nein, wir kennen die Ausschreibung nicht. Und das ein Grund mehr heute bei der Veranstaltung, nachher nochmal bei dem Teil dann dabei zu sein, wo Andrea Preuska das nochmal erklären wird, warum und wie wir den Schulpreis dann im nächsten Jahr 2021 gestalten werden. Vielen Dank an der Stelle fürs Mitmachen schon mal. Und genau über dieses Tool besteht dann auch die Möglichkeit, die Fragen gleichzustellen. Und da bitte ich für alle, jetzt werden sicherlich immer mal wieder noch Leute dazukommen und reintröpfeln in die Konferenz, dass wenn sie Fragen haben, gerne diese konkret an jemanden richten. Also wenn sie das Gefühl haben, ich sage mal bei der ersten Schule Einbeck zum Beispiel, wenn sie da konkret eine Frage haben an den Schulleiter, dann können sie gerne zuschreiben hinter ihrer Frage, geht Richtung Einbeck oder geht später auf die Hauptpreisträgerschule. Oder geht als Frage auch an das Team vom Deutschen Schulpreis, hier an Andrea Preuska beispielsweise, die das vielleicht erklären kann. Und könnte auch an eines der Jurymitglieder gehen. Und da haben wir nämlich jemanden bei uns, das ist der Hermann Veith. Der ist als Stellvertreter der Jury. Der Vorjury sitzt da, ist der fachliche Leiter vom Regionalbüro in Hamburg, selber Professor der Pädagogik. Der steht auch als Juryvertreter zur Verfügung. Also wenn sie da beispielsweise eine Frage haben, können sie die immer persönlich direkt darin richten. Und Lars Bayer wird das dann zusammen mit Andrea Preuska ein bisschen sammeln. Und wir schauen, dass wir die Fragen alle beantwortet bekommen. Genau. Andrea Preuska ist das Stichwort. Ich würde gerade für die, die vielleicht neu dabei sind, den Schulpreis noch nicht so gut kennen oder erst in dieser Woche darauf aufmerksam geworden sind. Oder vielleicht in nächster Zeit eine Bewerbung jetzt im Spezial vielleicht auch erwägen, würde Andrea Preuska erstmal grundsätzliches sagen zum Deutschen Schulpreis. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Webinar. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, um die Preisträger kennenzulernen. Die Vorstellung zum Deutschen Schulpreis mache ich ganz kurz. Wir haben ja gesehen, dass einige Schulpreiskenner schon unter Ihnen sind. Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung schreiben den Deutschen Schulpreis gemeinsam mit der ZEIT und der ARD bereits seit 2006 aus. Im Mittelpunkt steht unser Ziel, dass wir gute Schule sichtbar machen, innovative Modelle, innovative Schulen auszeichnen und aber insbesondere auch die Verbreitung dieser guten Praxis voranzutreiben. Nicht zuletzt haben wir aus diesem Grund auch die Deutsche Schulakademie gegründet, die diese digitale Themenwoche gemeinsam mit Joran und Konsorten verantwortet. Wir wollen diese gute Bratze sichtbar machen. Ich habe es gesagt, im Mittelpunkt steht der Wettbewerb. Wir haben aber in den letzten Jahren auch eigene Schulentwicklungsprogramme, Forschungsprogramme auf den Weg gebracht, die wir natürlich alle auf unserer Website darstellen. Wir wollen heute aber den Fokus richten auf die Preisträger, auf diesen Wettbewerb, der im Mittelpunkt der Aktivitäten steht. Dem Deutschen Schulpreis liegt ein ganz umfassendes Verständnis von Bildung und Lernen zugrunde, dass in diesen sechs Qualitätsbereichen, die Sie hier sehen können, zum Ausdruck kommen. Das heißt, es können sich aus ganz Deutschland alle Schulen bewerben, allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen und alle müssen sich diesen sechs Qualitätsbereichen stellen. Natürlich ist die individuelle Ausgangslage im Mittelpunkt, die wir berücksichtigen, Unterschiede in den Regionen, in den Bundesländern, in den Schularten. Aber letztendlich stehen diese sechs Qualitätsbereiche im Mittelpunkt, von Leistungen bis zum sechsten Qualitätsbereich der Schule als lernende Institution. Schulen, die sich um den Deutschen Schulpreis bewerben, müssen sich in allen Qualitätsbereichen darstellen, in einer ausführlichen Bewerbung, Stellung nehmen, ihren Schulentwicklungsprozess darstellen. Und diesen Auswahlprozess sind alle sechs Preisträger durchlaufen. Auf der nächsten Folie sehen wir den Bewerbungs- und Auswahlprozess. Am 15. Oktober endet jährlich das Auswahl- bzw. das Ausschreibungsverfahren. Das Auswahlverfahren beginnt. Es finden in allen Regionen Bewerberforen statt zum Kennenlern, zum Austausch dieser Schulen und danach eine erste Auswahlgremiensitzung. Die Vorjury-Sitzung, die den Auftrag hat, 50 Schulen auszuwählen, die an die Jury weitergereicht werden. 50 Schulen, die auf Grundlage dieser schriftlichen Bewerbungsunterlagen ausgewählt werden. Die Top 20 Schulen werden dann gesucht und gefunden in einer Jury-Sitzung im Dezember. Wir haben ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Sie sehen diese einzelnen Schritte. Bis zu den Top 20 findet die Auswahl der Schulen auf Papierlage statt. Ein weiterer wichtiger Schritt ist aber das Kennenlernen dieser Schulen vor Ort im Rahmen der Schulbesuche. Alle Top 20 Schulen werden besucht von Jury- und Vorjury-Mitgliedern, um auf Grundlage der Bewerbungen ganz genau hinzuschauen, die Schulen kennenzulernen, mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zu sprechen, im Unterricht zu hospitieren und sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Im Anschluss an die Schulbesuche nominiert die Jury insgesamt 15 Schulen für den Deutschen Schulpreis. Diese 15 Schulen kamen in dieser Woche zusammen zur ersten digitalen Preisverleihung. Das aktuelle Wettbewerbsjahr war noch nicht so stark geprägt von Corona. Lediglich die letzte Jury-Sitzung, in der die Schulen nominiert wurden, fand digital statt. Das war unsere Premiere, unsere digitale Premiere, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Alle haben sich darauf eingelassen. Wir hatten keine Schwierigkeiten, erstaunlicherweise, sodass wir auch in diesem Jahr 15 Schulen auf diese neuen Wege nominieren konnten. Wie gesagt, diese 15 Schulen, die im Wettbewerb 2020 ausgewählt wurden, kamen in dieser Woche zur Preisverleihung zusammen. Und im Rahmen dieser Preisverleihung wurden die sechs Preisträgerschulen verkündet. Sie sehen hier an diesen Feiern, dass der Wettbewerb nicht das einzige Element ist, sondern auch bereits in diesem Auswahlverfahren ganz viele Schulentwicklungsangebote stattfinden. Die Schulen, die nicht in die Top 20 ausgewählt werden können, werden zu Perspektivgesprächen eingeladen, um ein Feedback zu geben zur Bewerbung, um über mögliche Perspektiven zu sprechen. Es findet ein Abend der Schulen, ein Abend der Bewerberschulen statt, um auch da in den Austausch zu gehen und sich zu vernetzen mit anderen Bewerberschulen. Rechts sehen Sie ein weiteres Element, die Perspektivbesuche, die durchgeführt werden an allen Schulen, die unter die Top 20 gelangen. Das heißt, sowohl die Preisträger als auch alle anderen Top 20 Schulen erhalten die Möglichkeit, nochmal besucht zu werden. Und außerdem werden sie aufgenommen in unser Schulentwicklungsprogramm und erhalten Anerkennungspreise in Höhe von 5000 Euro um. Die Preisträger stellen sich selbst vor, deshalb lasse ich diesen letzten Schritt aus. Wir freuen uns, dass wir die sechs Preisträger auch in unserem Netzwerk der Preisträger begrüßen können. Das heißt, die Top 20 Schulen gehen über in das Entwicklungsprogramm. Für die Preisträger beginnt die Arbeit im Preisträger-Netzwerk mit dem Ziel, deren Modelle, deren Konzepte auch für andere zugänglich und nutzbar zu machen. Das ist ein schneller Galopp, ein schneller durch das Auswahlverfahren und den Bewerbungsprozess im Deutschen Schulpreis. Vielen Dank, Andrea Preuska. Ich kriege gerade das Zeichen, dass immer noch Leute dazukommen. Deswegen haben Sie so ein bisschen den Einstieg vielleicht jetzt nicht mitbekommen. Und ich hole Sie dazu kurz ab, dass Andrea Preuska vom Team des Deutschen Schulpreises gerade vorgestellt hat, wie der Schulpreis funktioniert. Und wir jetzt dann die einzelnen Preisträgerschulen nacheinander in einer alphabetischen Reihenfolge, die zweiten Preisträger zunächst einmal am Ende auch die Hauptpreisträgerschule kennenlernen werden und damit Schulleitungen oder auch Schülern bei einzelnen Schulen sprechen möchten. Und für Sie, falls Sie später dazugekommen sind, jetzt auch die Möglichkeit, parallel eben die Fragen zu stellen. Das geht über das Tool Mentimeter. Mentimeter soll ich da jetzt nochmal das Login vielleicht kurz als Doublecheck nennen über mentimeter.com. Können wir doch hier noch irgendwo rumflattern. Gehen wir nochmal auf die Folie. Genau. www.menti.com und geben diesen Code ein, falls Sie jetzt noch dazugekommen sind. Wir wollen Sie da nicht allein oder zurücklassen. Klicken Sie sich da rein in aller Ruhe und dann können Sie sich mit Fragen beteiligen und die gerne gezielt an einzelne Schulen auch richten und gerne auch jetzt schon bei den ersten Schulen, die wir vorstellen. Das Ganze nehmen wir dann hinten mit in den Frageteil und versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Einer der Gründe, warum wir diese Veranstaltung ja machen. Dann herzlich willkommen an alle, die noch dazugekommen sind und ich würde vorschlagen, wir steigen mit der ersten Schule ein. Das ist eine berufsbildende Schule. Ich werde zu den Schulen jetzt einzelne Fakten, damit die jeweiligen Vertreter das nicht aufzählen müssen, einfach kurze Fakten dazu nennen. Das ist eine berufsbildende Schule in Einbeck oder eine berufsbildende Schule in Einbeck. Ihr habt ja selber das Glück, bei einem der wenigen Schulbesuche, die ich dann mitmachen darf, für auch Dreharbeiten vor Ort zu sein. 1.282 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule. Es gibt 94 Lehrkräfte, 60 Klassen und in vier Abteilungen. Zum einen das berufliche Gymnasium, Pflanzentechnologie, Farbtechnik und Gestaltung, Sozialpädagogik, Pflege, Hauswirtschaft und Wirtschaft und Informatik. Und es ist möglich, jeden schulischen Bildungsabschluss zu machen. Sie nennt sich die agile Berufsschule und ich freue mich, dass ich den Schulleiter Renato Stöhring begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Döring und auch eine Schülerin aus der 13. Jahrgangsstufe, die Lina Schneider ist dabei. Lina und ich und auch die anderen Schülerinnen und Schüler, falls Sie sich gleich wundern, haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Sie dürfen mich gerne Lennart nennen und Sie haben mir auch erlaubt, dass ich Sie duzen darf. Und deswegen würde ich gleich mit Lina einsteigen. Lina, der Moment, der Preisbekanntgabe, den haben wir ja in diesem Jahr, dadurch, dass wir nicht alle zusammen vor Ort in Berlin waren, haben wir den nicht so richtig miterleben können. Was war los in Einbeck? Wie war der Moment bei euch? Ja, bei uns waren ja 70, 80 Leute im Forum versammelt. Es war ein Riesenfreudeausbruch, Konfetti Ganonen sind geknallt und Fotos wurden gemacht, alle haben gefeiert, keiner konnte es glauben. Und kurz darauf hat einer aus meinem Jahrgang, der sich ein bisschen im DJ-Sein versucht und da auch ganz erfolgreich ist eigentlich, über die ganzen Sprechanlagen in der gesamten Schule erstmal eine Stunde aufgelegt, sodass ordentlich gefeiert werden konnte in allen Räumen. Also wir haben das richtig zelebriert. Das klingt doch super. Da waren jetzt alle so neidisch, dass die Schule in Dürbens eine Schaumparty hat, aber ihr habt schon mal einen guten DJ. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Herr Döring, Glückwunsch an der Stelle nochmal auch von mir zu dem Erfolg, zu dem zweiten Preis. Ihre Schule ist, das kann ich selbst vom Besuch sagen, vielfältig, dadurch aber auch auf der anderen Seite heterogen mit Blick auf das Alter. Ich weiß, da hatten wir eine sehr große Spanne auf die Fachrichtungen, auch auf die Herkunft der Schüler. Oder wie schaffen Sie es, individuell auf diese einzelnen Bedürfnisse einzugehen? Ja, hallo Herr Brinkhoff, hallo in die Runde. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber grundsätzlich ist es erstmal unser Anspruch. Und unser Anspruch ist noch gewachsen, im Rahmen des Entwicklungsprogramms möglichst dicht an die Schülerinnen und Schüler heranzukommen, möglichst viel über sie zu erfahren und sie möglichst individuell auch begleiten zu können. Und das sind so tatsächlich auch Gedanken, die durch den Deutschen Schulpreis nochmal mitentwickelt worden sind. Und in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, in denen wir eben auch am Entwicklungsprogramm teilnehmen durften, ja, dann auch noch verstärkt verfolgt werden konnten. Sie sagen, dass Sie den Schülern zuhören, Ihre Meinung wichtig ist. Das kommt auf den, oder da komme ich auf den Punkt, der bei Ihnen von großer Bedeutung ist, das Schülerfeedback. Sie wollen reinhören, was die Schüler sagen und wollen sich diesem Feedback auch stellen. Es spielt bei Ihnen quasi eine zentrale Rolle in der Schulentwicklung. Wie funktioniert dieses Schülerfeedback? Weil, denke ich, das kann eines dieser Learnings auch für andere Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter sein, die heute dabei sind. Ja, also was sicherlich ganz außergewöhnlich bei uns ist, dass sich jede Lehrkraft, die bei uns arbeitet, auch bewerten lässt von mindestens einer Klasse. Und die Ergebnisse gehen auch an die Schulleitung. Das heißt, ich habe Einblick in die Ergebnisse, die Abteilungsleitungen haben Einblick in die Ergebnisse. Und die Abteilungsleitungen führen dann auch Feedbackgespräche mit jeder einzelnen Lehrkraft. Das hört sich jetzt erstmal nach ganz viel Zwang und Druck an für Lehrkräfte, aber ich glaube, das ist nicht so. Dieses Konzept praktizieren wir jetzt seit 13 Jahren. Und wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf, in vier von fünf Fällen kann man sagen, wir können unsere Lehrerinnen und Lehrer loben für die gute Arbeit, für das gute Feedback, was Schülerinnen und Schüler ihnen geben. Und das ist, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige Funktion. Denn wir haben ja einen Beruf, in dem wir andernfalls auch 30, 40 Jahre vor uns hin unterrichten können, ohne ein Feedback auch von Vorgesetzten mal zu bekommen, ohne mal Lob und Anerkennung zu bekommen, weil wir ja als Schulleitung doch nicht immer irgendwie im Unterricht sein können. Und das ermöglicht dieses Instrument. An den Stellen, wo Unterricht mal nicht gelingt, und das passiert gelegentlich auch in Einbeck, sind wir eben auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, auch hinzuschauen und gemeinsam mit den Lehrkräften im Gespräch auch Möglichkeiten der besseren Unterrichtsentwicklung zu finden, damit die Zufriedenheit von Schülerinnen und Schülern steigt und damit letztlich auch die Arbeitszufriedenheit steigt. Und wir merken eben, wenn man wirklich ganz früh damit beginnt, wenn auch gerade junge Lehrkräfte in ihren Dienst starten und mit diesem Instrument sozialisiert werden, können wir, glaube ich, auch Fehlentwicklungen vermeiden. Und wir können insgesamt das Bild eines guten Unterrichts so auch ins Kollegium bringen, in die Schule bringen, dass da was Besonderes aus werden kann. Lina, du sitzt ja bei diesem Prozess quasi auf der anderen Seite, gehörst in dem Fall zu der Jury, die die Lehrer bewertet. Hast du das Gefühl, dass dieses Feedback, je nachdem wie es ausfällt, dann auch Wirkung zeigt? Also ich finde schon, aus dem einfachen Grund. Ich wusste am Anfang auch gar nicht, dass das auch der Schulleiter sieht und dass da auch noch ein Feedback gegeben wird. Denn wir besprechen das mit unseren Lehrern immer direkt, nachdem die Befragung durchgeführt wurde. Also das wird dann mit einem Beamer an die Wand gestrahlt und jede einzelne Kategorie, die da abgefragt wird, wird gemeinsam besprochen. Schüler können meistens auch Vorschläge machen, was der Lehrer dann eventuell machen könnte zur Verbesserung. Und da sind die Lehrer eigentlich immer sehr bemüht. Also ich habe natürlich nicht alle Lehrer der BBS gehabt, aber alle, die ich hatte, da kann ich nur sagen, da war ein hohes Interesse da, unsere Vorschläge wirklich umzusetzen. Und das bedeutet mir dann auch viel. Wie hast du das erlebt? Wie ist dann so ein Moment, ist es schwer für beide Seiten, sowas aufzuarbeiten? Weil klar, das positive Feedback wird leichter sein. Klar, positives Feedback ist leichter. Aber ich glaube, von den Schülern hatte nie mehr Angst, da wirklich zu sagen, was das Problem ist, weil das Problem dann ordentlich angegangen wurde und keinesfalls irgendwie man da Probleme hatte, wenn man mal was kritisiert hat. Also das wurde immer gut angenommen, wie ich halt gerade gesagt habe. Man hat dann halt zusammen irgendwie geguckt, wie man das verbessern kann. Und Vorschläge wurden erhört. Herr Döring, das Feedback von außen, oder das war jetzt das Feedback für die Lehrer, es gibt auch ein Feedback, ich nenne es mal so, von außen für eine Schule oder für eine Berufsschule vor allem, das ist ja, wenn ich es so formulieren darf, sicher auch der Arbeitsmarkt. Schüler müssen da irgendwie drauf vorbereitet werden, da ankommen. Ich durfte damals beim Besuch die Messe, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es eine Berufsschülermesse war, aber habe diese Messe erleben dürfen. Wie bringen Sie diese Bedürfnisse von Ihrer individuell unterschiedlichen Schülerschaft und dem Arbeitsmarkt am Ende, was ja sicher ein Erfolgskriterium für eine Berufsschule ist, wie bringen Sie das zusammen? Ich nenne einfach mal dieses Beispiel der Messe, was mich vor Ort sehr positiv beeindruckt hat. Ja, also Sie haben unsere Beratungsstellenmesse damals erlebt. Also das machen wir auch einmal im Jahr, dass wir mit allen Beratungsstellen, die wir im Landkreis Nordheim haben, ja ohnehin eng kooperieren, aber sie dann einmal im Jahr einladen und unsere Schülerinnen und Schüler eben die Möglichkeit haben, mit Arbeitsaufträgen auch alle Beratungsstellen kennenzulernen, um dann zu wissen, wenn mal Schwierigkeiten, Probleme entstehen, wo Beratung erforderlich wird, dann auch genau zu wissen, wo kann ich hingehen im Landkreis Nordheim. Darüber hinaus haben wir eine Ausbildungsmesse mit jährlich ungefähr 3000 Besucherinnen und Besuchern, wo sich einfach die Ausbildungsbetriebe der Region darstellen auch die Schulen der Region, zumindest die berufsbildenden Schulen, um Jugendlichen im Landkreis Perspektiven aufzuzeigen. Und was uns eben ganz wichtig ist, sind Ausbilder, Arbeitskreise oder DIPS treffen. DIPS steht für Dialog, Praxis, Schule. Wir pflegen eben einen sehr intensiven Kontakt zu den Einrichtungen und Betrieben in unserer Region, mit denen wir eben kooperieren und wo unsere Berufsschüler ihre Ausbildung machen beziehungsweise unsere Schüler ihre Praktika. Also, es gibt viele, viele Fragen, die mir noch im Kopf rumschwirren würden, aber wir müssen ja genau wie am Mittwoch gucken, dass wir jeder Schule zeitlich gerecht werden. Deswegen sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank an den Schulleiter der BBS in Einberg, Renatos Döring und an Lina Schneider, Schneider war richtig, Lina Schneider aus der 13. Jahrgangsstufe von der BBS Einberg. Vielen Dank und wir freuen uns, wenn du und sie dann noch dabei bleiben. Ja, wir machen weiter. Das zeigt vielleicht auch die Vielfalt hier im Deutschen Schulpreis mit einer Grundschule, einer sehr kleinen Grundschule, nämlich der Grundschule Schuttertal. Das liegt in Baden-Württemberg im Schwarzwald, hat drei kleine Ortsteile, Dörlingbach, Schweighausen und Schuttertal selbst eben. Eine Grundschule mit 130 Schülerinnen und Schülern, mit 13 Lehrerinnen, 60 Klassenabteilungen. Das ist noch von der größeren Schule genau. Und es gibt jahrgangsgemischte Gruppen von der ersten bis vierten Klasse an allen drei verschiedenen Standorten. Ich begrüße in Schuttertal, nehme ich mal an, sonst korrigieren Sie mich gleich, wenn Sie an einem der anderen Standorte sitzen, Ute Brand und Marion Wenglein. Genau, hallo. Also wir sitzen in Schweighausen diesmal. In Schweighausen, sehr gut. Ich war zwar da, aber das konnte ich jetzt noch nicht direkt am Büro erkennen. Dazu war ich schon kurz da. Ich würde Ihnen, wenn Sie jetzt zu zweit jeweils teilnehmen, würde ich Ihnen freistellen, wer antwortet. Ich will das nicht vorgeben. Ich würde einfach ja Ihnen ein paar Fragen stellen. Aber wenn Sie untereinander jeweils genauer wissen, wozu Sie sich lieber äußern wollen, stimmen Sie sich auch gerne in dem Moment dann vor Ort noch kurz ab. Ich stelle einfach die Frage, aber ich möchte nicht vorgeben, wer von Ihnen antworten muss. So viel Freiheit muss sein. Ja, dann wir sind jetzt erst zwei Tage nach dem großen Mittwoch. Wie anstrengend war es für Sie? Ich konnte eben im Vorgespräch schon mit einigen der Kollegen reden, die gesagt haben, es war echt eine anstrengende Woche. Wie anstrengend war es für Sie? Gab es schon einen Moment der Erholung oder retten Sie sich jetzt ins Wochenende? Also das Wochenende ist jetzt schon mal wichtig, weil wir hatten ja auch das Wochenende davor, die Einschulungsfeiern. Also das ging bei uns ja eigentlich ab Schulbeginn nahtlos von einem ins andere. Und dann ist bei uns ja noch diese Situation, dass wir die drei Schulhäuser sind. Das heißt, jedes Schulhaus muss ja für sich organisieren, wie es dann damit umgeht. Das heißt, wir haben ja auch in allen drei Schulhäusern mit den einzelnen Klappen geguckt und nur in Schuttertal war ja diese große Live-Übertragung. Ja, so wie ich das damals vor Ort kennengelernt habe, ist ja das Interesse trotzdem von allen groß. Alle wollen irgendwie Teil der Schule sein. Wie haben Sie dann die externen Menschen, konnten Sie die noch unterbringen oder mussten Sie die mit Links versorgen? Wie konnten so viele möglich Menschen teilnehmen? Ja, also wir haben in den einzelnen Schulhäusern, in den einzelnen Klassen geschaut. Und eigentlich war nur eine Klasse eben bei dem Event selbst dabei. Und bei uns, ich bin in Dörnenbach und da war es dann so, dass im entscheidenden Augenblick irgendwie dann das Internet fast zusammengebrochen ist, weil wahrscheinlich das halbe Dorf sich eingewählt hat. Und wir mussten dann echt so sagen, hat sich jemand verstanden? Waren wir es jetzt? Oder sind wir dabei? Aber wir haben dann etwas verzögert, aber sehr laut doch bejubelt. Es gibt, das ist bei mir auch so, von dem Besuch damals hängen geblieben, diesen Satz oder die zwei Sätze, die ich im Ohr hatte, die Schule lebt bei Ihnen von der Gemeinde, die Gemeinde lebt von der Schule. Das klingt erst mal so einfach, aber ich fand, es dauerte ein bisschen, um das von außen verstehen zu können. Vielleicht können Sie mal versuchen, denen, die die Schule nicht persönlich kennengelernt haben, zu erklären, warum diese Abhängigkeit gerade bei Ihnen so groß ist, dass die Gemeinde von der Qualität der Schule und umgekehrt, dass beide so stark miteinander vernetzt ist und auch ein bisschen voneinander lebt. Ja, ich glaube, ein großer Vorteil ist natürlich von unserer Gemeinde, also dem Schulträger, dass er natürlich in jedem Ortsteil das Schulhaus erhält. Also, dass wir natürlich wirklich drei kleine Schulhäuser haben, wo wir natürlich so diese Gemeinschaft, also in der kleinen Runde erleben und dadurch natürlich auch ganz nah an den Kindern und auch an den Eltern sind. Zum anderen aber, dass natürlich die Gemeinde ja immer versucht, auch sich zu vernetzen über die Ortsteile hinweg. Und das erleben wir natürlich dann auch in der Schule und bei unserem Schulträger natürlich auch. Es sticht noch etwas heraus, dass wahrscheinlich seinesgleichen sucht oder zumindest selten gemacht wird oder ein mutiger Schritt war. Das ist das Philosophieren als Schwerpunkt an Ihrer Schule. Da würde manch einer vielleicht sagen, da muss man schon noch eine gewisse Jahrgangsstufe erreicht haben oder man kann es vielleicht am Gymnasium mal in der Oberstufe diskutieren. Aber nein, Sie haben eine Grundschule, an der Philosophie als Schwerpunkt eingebaut wurde. Wie schaffen Sie es den Kindern, den Blick für diese ja doch komplexe Welt der Philosophie zu öffnen? Also ich denke, das Wichtigste beim Philosophieren ist ja auch, den anderen zuzuhören. Und das schaffen die Kinder ja auch von vornherein. Also da kann man ja auch schon mit Kindergartenkindern anfangen. Und der zweite Punkt ist ja die Neugier. Und die ist ja bei allen Kindern auch da. Und mit diesem Zusammenhang, also aus Neugier und Zuhören, finde ich, entstehen immer ganz, ganz spannende Gespräche auch, bei denen die Kinder natürlich voneinander enorm profitieren und wir im Prinzip von den Kindern auch. Und grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich durch diese Fortbildung, die wir gemacht haben, dafür sensibilisiert wurden, dass die philosophischen Fragen eigentlich im Raum stehen. Also dass die eigentlich da waren schon und dass es sich eigentlich lohnt, sich damit auch intensiver zu beschäftigen. Und das hat sich einfach dann gezeigt, dass wir als Lehrer auch einfach sensibler wurden für diese Fragen. Wie sieht denn, wir wollen ja auch ein bisschen bei diesem Podium, wo wir die Preisträger zusammen haben, immer ein bisschen was lernen. Das ist ja so ein bisschen auch die Grundlage beim Schulpreis zu sagen, wo ist was speziell, wo lernen wir was. Wie sieht das ganz konkret in der Umsetzung aus? Wie wird im Schuttertal, in Dörlenbach, in Schweighausen, wie wird philosophiert mit so jungen Schülerinnen und Schülern? Also im Prinzip ist es schon eine Gesprächsrunde und da gibt es natürlich so ein paar Rituale, die das Philosophieren eindeuten. Und dann ist natürlich so das Wichtigste beim philosophischen Gespräch, dass alles möglich ist. Also alle Gedanken sind möglich und jeder kann sich dazu äußern. Und den Kindern vermitteln wir aber auch, dass es genauso wichtig ist, das Zuhören, dass beides eben gleich wichtig ist. Das ist einmal meine Redezeit, das ist dann auch so formuliert, und eben die Zuhörzeit. Haben Sie ein paar große Überraschungen erlebt, wenn ich daran denke, wie frei der Spielraum der Philosophie ist? Es gab es immer mal wieder oder vielleicht eine Pointe, was dann doch Schülern einfällt, wo der Blick vielleicht noch ein bisschen unbeeinflusster auf die Welt ist als bei manch einem Erwachsenen? Ja, also ich sehe es schon so. Also jedes Gespräch finde ich eigentlich auch für mich immer sehr spannend, was da für Gedanken schon bei den Kindern sind und wie unterschiedlich auch Kinder sich die Welt vorstellen oder was auch vielleicht hinter der Welt ist. Oder ja, also sehr spannend. Also vielleicht ein Thema, was meine Klasse sich ausgesucht hatte, das kam nicht von mir. Die Kinder wollten philosophieren über die Frage, was ist gute Erziehung? Das klingt hochspannend. Ja, war es. Ich habe die Frage nicht verstanden. Läuft der Prozess noch oder sind Sie da zum Ergebnis schon gekommen? Also die Kinder waren sehr klar, was sie da wollten und auch erstaunlich, also es ging auch, sie wollten gerne auch Grenzen haben, also es war nicht so, dass gute Erziehung heißt, ich möchte gerne verwöhnt werden oder was. Also sie waren schon wirklich erstaunlich differenziert. Muss man echt sagen. Also auch das klingt sehr spannend und ist sicherlich ein Ansporn, wer das Philosophieren in einer solchen Altersklasse, wer da die Erfahrungen von Ihnen vielleicht mitnehmen möchte oder davon zehren möchte, gibt sicher die Gelegenheit, sich dazu auszutauschen. Die Grundschule Schuttertal und möchte vielen Dank sagen an Ute Brandt und Marion Wenglein, die heute für uns als Gesprächspartner zur Verfügung standen. Vielen Dank und Grüße in Schuttertal. Danke schön. Ich habe ihn eben schon angekündigt. Wir haben jetzt ja eine, schon in zwei Schulen in verschiedene Welten gesehen. Wir haben eine große berufliche Schule gesehen. Wir haben die kleine, etwas ländlichere Grundschule gesehen und ich möchte dazu Hermann Veith einmal in die Runde holen. Er ist Mitglied der Vorjury und auch im Regionalteam oder im Regionalbüro Hamburg als fachlicher Leiter dabei und eben, wie ich es eben schon mal erwähnte, Professor der Pädagogik. Herr Veith, es kommt ja immer wieder rund um den Schulpreis die Frage auf, wie gelingt es diese verschiedenen Schulen, Äpfel und Birnen, wie es dann oft heißt, oder wenn auch Journalisten dann zu den Schulbesuchen kommen, fragen die das eigentlich immer mit als erstes. Wie gelingt es, so verschiedene Schulen fair zu bewerten? Das ist auf den ersten Blick gar nicht so schwer, wie es scheint. Und Andrea Preuß hat vorhin schon ein bisschen den Grund genannt. Wir gucken ja auf Schulen aus einer ganz bestimmten Perspektive und wir sagen, alle Schulen haben im Grunde die gleiche pädagogische Aufgabe. Das heißt, sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, eine Arbeitsumgebung herstellen, eine Lernumgebung herstellen, die den Kompetenzerwerb ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch die Persönlichkeitsentwicklung fördert. Von daher kann man sagen, egal ob jetzt Grundschule oder berufsbildende Schule, wie wir eben schon gehört haben, im Grunde geht es immer sozusagen um gleiche pädagogische Ziele. Da wird man sagen, wenn eine Schule das gut macht, dann bekommt man das mit, weil sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer ganz spezifische Formen von Verhaltensweisen und Zufriedenheiten ausbilden. Also das heißt, die fühlen sich sozusagen bestätigt, sie haben Kompetenz erleben, sie fühlen sich zugehörig, sie fühlen sich eigenständiger. Und das insgesamt ist so ein Kriterium, wo man erkennen kann, dass da eine Schule gut aufgestellt ist. Und wie gesagt, wenn man den Blick hat, braucht man ja ein paar Geländer, damit man bestimmte Dinge eben auch klarer erfassen kann. Und dafür sind diese Qualitätsdimensionen, die vorhin schon genannt worden sind, ganz wesentlich. Also wie unterstützt Schule Leistungen? Wie geht man mit Vielfalt um? Wie ist der Unterricht aktivieren, den wir sehen? Haben die Schülerinnen und Schüler hinreichend Gelegenheiten, Verantwortung zu übernehmen? Wie ist das Schulleben insgesamt? Arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schulmitglieder insgesamt so zusammen, dass sie gemeinsame pädagogische Ziele teilen? Dass sie sozusagen eine Vorstellung davon haben, wie ihre Schule ist? Und wenn man sich an so einem Raster orientiert, ist es relativ leicht, Vergleichbarkeit herzustellen. Und jetzt haben Sie natürlich sicherlich gemerkt, ich bin so ein bisschen der Frage ausgewichen. Ich habe jetzt gesagt, man kann Vergleichbarkeit herstellen, aber natürlich ist es so, ich glaube, es ist ähnlich wie beim Sport in diesen Disziplinen, wo es um ästhetische Bewertungen geht. Also wo es so eine B-Note gibt oder so eine Bewertung für den künstlerischen Ausdruck. Das heißt, man sieht Qualität, aber wenn es dann darum geht, detailliert zu beschreiben, wo liegen die Differenzen zwischen den einzelnen Schulen. Dann braucht man viel Zeit, viel Erfahrung, wie gesagt, diese handfeste Substanz von den Berichten sowieso und vor allem Gespräche, Gespräche und Gespräche. Und das macht dann die Jury ja, glaube ich, sehr ausgiebig und sehr gewissenhaft. Von daher, also hat man, ich könnte sagen, sowohl ein Rüstzeug, was relativ stabil ist und man hat Formen, in denen man sich tatsächlich verständigen kann und sagen kann, okay, das sind jetzt herausragend gute Schulen. Und wie gesagt, vielleicht noch ein Punkt, wo man es vielleicht, weil die BBS am Anfang war, das Problem der Vergleichbarkeit hat man ja bei den BBSen in besonderer Weise. Hier eine Schule, da eine Schule. Also das ist ja fantastisch, wie man das so zusammenbringen muss und trotzdem entsteht ein Gesamteindruck von Qualität. Herr Frey, vielen Dank. Wir dürfen gleich noch zweimal bei Ihnen im Büro vorbeischauen und über weitere Themen reden. Und ich fand, so sehr sind Sie gar nicht ausgewichen. Wir haben den Sport als Beispiel genannt. Meine Gäste in den Sportsendungen, die weichen mehr aus und antworten kürzer. Vielen Dank. Wir gehen in dieser Vielfalt weiter. Wir waren eben bei der Berufsbildung oder bei der beruflichen Schule, danach bei einer Grundschule. Jetzt landen wir bei einem Gymnasium und zwar beim Gymnasium Essen Nordost, Nordrhein-Westfalen. Kurz da vielleicht auch die großen Kennzahlen. 840 Schülerinnen und Schüler, 72 Lehrkräfte, 90 Prozent der Schülerschaft mit Migrationshintergrund. Insgesamt 60 verschiedene Nationen sind auf der Schule vertreten. Und ich freue mich, dass mit Thiermo Touré und mit Herrn Brennhold, dem Schulleiter, uns gleich zwei Gesprächspartner aus Essen zugeschaltet sind. Hallo. Genau, hören mich beide hoffentlich. Thiermo, auch wir haben uns eben auf ein Du geeinigt. Wir waren ja am Mittwoch nur bis 11.30 Uhr circa dabei. Wie verlief der Tag noch in Essen? Ich habe zwischendurch gesehen, da war ja richtig was los bei euch am Schulhof. Ja, also ist auf jeden Fall die Post bei uns abgegangen. Und zwar hat sich ja auch unsere gesamte Schule eben auf dem Schulhof befunden. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Und wir hatten auch eine sehr große Leinwand, auf der wir das Ganze gestreamt haben. Und im Nachhinein gab es dann auch eine kleine Party. Wenn ich jetzt einen Geschwister oder einen Neffen hätte, der gerne auf eure Schule gehen würde oder sich noch zwischen zwei entscheiden müsste. Und ich würde dich fragen, warum soll der auf eure Schule gehen? Was würdest du als Argumente haben? Warum sollte der auf dem Gymnasium Essen Nordost als Schüler anfangen? Da fallen viele Sachen zu ein. Ich würde sagen, zum einen, dass man sich sehr gut engagieren kann. Zum Beispiel bei den Buddies. Die sorgen dafür, dass es viele verschiedene Spiegelprogramme gibt oder auch in der Schülervertretung. Und dass man damit eben auch die Möglichkeiten bekommt, den Schulalltag selber und aktiv mitzugestalten. Das klingt gut. Danke, Tja. Nur erstmal für den Moment. Herr Brennhold, ich provoziere in meiner Frage mal bewusst so ein bisschen oder nehme mal das auf, was im Schulpreis oft gefühlt oder was an den Schulen oft gegeneinander steht. Der gymnasiale Leistungsanspruch, der mit vielen Dingen, die bei Ihrer Schule als Werte noch dazukommen, aufeinandertrifft. Vielfalt, Wertschätzung, Augenhöhe, Dialog, auch mit ganz verschiedenen heterogenen Schülerschaften. Wie bekommen Sie das erfolgreich zusammen? Ja, gut. Also erstmal guten Abend. Wir haben ganz verschiedene Programme, um Schülerinnen und Schüler zusammenzuführen und letztendlich auch auf Augenhöhe agieren zu lassen. Das sind dann sehr viele AG. Wir sind ja ein Ganztagsgymnasium, haben da Förderprogramme, haben aber auch Talentförderung oder ganz am Anfang, wir sind auch dadurch geprägt, dass wir in der Erprobungsstufe sehr viele Seiteneinsteigende haben. Seiteneinsteigende, das sind die Personen, die zu uns gekommen sind, die kein Deutsch sprechen. Dort werden sie entsprechend gefördert und nach und nach in das Schulleben integriert. Und natürlich zieht sich durch die gesamte Schulauffahrbahn ein sprachsensibler Unterricht. Ja, Tierno, wir haben die Zahl gerade genannt, 60 Nationen. Da könnte man jetzt sagen, das ist eine Belastung, das zu schaffen. Man könnte auch sagen, es ist eine Riesenchance, so viele Menschen zusammen zu haben. Wie erlebst du das, diesen Austausch zwischen diesen verschiedenen Nationen oder vielleicht auch mit Mitschülern, die mit der deutschen Sprache noch Schwierigkeiten haben oder erst sehr kurz hier sind? Wie funktioniert das für dich im Schulalltag? Ja, also ich höre das sehr oft. Wie kann das denn sein? Wie kommt ihr damit klar? Aber man muss schon sagen, dass es von allen Leuten am Geno als eine Chance betrachtet wird, eben mit anderen kulturellen Kulturen in Kontakt zu kommen und insbesondere auch Vorurteile beispielsweise abzubauen. Und ich kann auch so nur sagen, ich fühle mich nicht beraubt, sondern nur bereichert dadurch, dass ich eben mit 60 unterschiedlichen Nationen in Kontakt komme. Das hast du sehr schön gesagt. Herr Brennhold, ich gebe das an Sie auch noch mal weiter. Wir wollen ja gucken, dass andere Schulen immer wieder lernen können, ob es das Philosophieren in Schuttertal ist und bei Ihnen einfach der Umgang mit dieser großen Vielfalt. Was glauben Sie, können andere Schulen bei Ihnen am Gymnasium Essen Nordost lernen in diesem Zusammenhang mit dem Umgang und das Zusammenbringen von Vielfalt oder das Nutzen von Chancen, wie Tjano schön gesagt hat? Ja, ich finde das immer, sagen wir mal, überraschend, dass dann wieder diese Vielfalt so eine große Rolle spielt. Denn ich glaube, das ist bei uns einfach Normalität. Man nimmt das gar nicht mehr wahr, vielleicht eine gewisse Andersartigkeit, sondern man lebt einfach zusammen und jeder wird in diese Schule hineingezogen, insofern, dass er Mitbestimmungsrecht hat. Wir haben eine riesengroße Schülervertretung mit insgesamt 47 Mitgliedern und über diesen Weg kann jeder sich auch einbringen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt immer gucken muss, wo aus welchem Land kommst du, aus welchem Land kommst du, sondern ganz im Gegenteil, man nimmt das nicht mehr. Diese Unterschiede nimmt man nicht mehr wahr, man lebt einfach zusammen. Jetzt habe ich gefragt, was andere Schulen lernen können. Sie selber sind auch in dem Prozess gewesen, der sich ja nun Entwicklungsprogramm nennt. Einige Schulen waren da schon dabei, andere kommen rein. Sie waren zwei Jahre in diesem Entwicklungsprogramm und wir haben ja jetzt auch Vertreter von Schulen dabei, die mit dem Schulpreis vielleicht jetzt erst in Kontakt treten oder es noch nicht so detailliert kennen. Was hat Ihnen das Entwicklungsprogramm gebracht? Wie konnten Sie sich selbst weiterentwickeln als Schule? Ja, also eine Sache war ganz besonders. Wir hatten uns sehr, sehr breit aufgestellt und hatten ganz viele Projekte und letztendlich kamen dann auch kritische Fragen durch die Jury. Das war bei dem ersten Durchgang. Wir waren ja auch schon mal nominiert 2017. Ja, wie sieht denn eigentlich der rote Faden aus? Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, das Ganze mal zu sortieren, zu klastern. Was ist uns eigentlich wichtig? In welche Richtung wollen wir gehen? Und das hat uns bei diesem Entwicklungsprogramm gut auf den Weg gebracht, da eine Struktur hereinzubringen. Also insofern bin ich da ganz dankbar, dass wir an diesem Entwicklungsprogramm teilnehmen durften. Haben Sie Dinge überrascht dabei? Wenn man so in diesen Spiegel dann schaut, waren für Sie Überraschungen dabei, von denen Sie selber vielleicht nicht, mit denen Sie nicht gerecht sind? Ja, es gab eine wirklich große Überraschung. Ich habe selber an einem Seminar teilgenommen. Da ging es um Öffentlichkeitsarbeit. Und dass man auch Öffentlichkeitsarbeit nach innen durchführen muss, das war mir erst mal so relativ neu. Es ging dann darum, natürlich nach außen sich zu präsentieren, auch in der Presse zu präsentieren. Aber letztendlich muss man das Kollegium natürlich und die ganze Schulgemeinde mitnehmen. Und an der Stelle haben wir dann nachgearbeitet. Vielen Dank. Dann haben wir da schon mal auf das Entwicklungsprogramm oder in das Entwicklungsprogramm einen kleinen Einblick bekommen, so wie das in der Zeit, die wir pro Schule haben, möglich ist. Ich sage ganz herzlichen Dank an die Vertreter vom Gymnasium Essen Nordost. Zum einen Tiano Touré als Schüler und Udo Brennerholt als Schulleiter. Vielen Dank und Grüße. Mach Essen. Danke auch. Grüße zurück. Wir machen weiter mit der Hartschule Dürrmaßheim. Und wenn wir schon von vielfältigen Schulen reden, hier eine Gemeinschaftsschule aus Branden-Württemberg. Auch da habe ich Zahlen für Sie. 460 Schülerinnen und Schüler, 47 Lehrkräfte. Es gibt mittleren Schulabschluss, den man erreichen kann. Das Ganze früher oder was Spezielles sicher. Früher war die Hartschule eine Hauptschule, dann eine Werkrealschule. Und 2011 stand die Schule sogar kurz vor der Schließung. Und ich begrüße in Dürrmaßheim zum einen den Schulleiter Volker Arns, die stellvertretende Schulleiterin Heike Kordas. Und ich begrüße zwei Schüler. Einmal in Jason Mönkel aus der 6. Klasse und Sid Bodendorf aus der 10. Klasse. Große Runde in Dürrmaßheim. Ich hoffe, ihr und Sie können mich hören. Sieht gut aus. Ich sehe nickende Köpfe. Und Jason und Sid, ich habe über euren Schulleiter eben mal angefragt, dass ich euch duzen darf. Wenn ihr einmal kurz nickt, dann sind wir ab sofort per Du und ihr dürft mich Lennern nennen. Sehr gut. Gut, wunderbar. Ja, die Frage an Sid und Jason. Ihr könnt genauso wie eben, wenn zwei im Bild sitzen, könnt ihr gerne untereinander euch einigen, wer antwortet. Das will ich euch nicht vorgeben. Da könnt ihr ja immer mal kurz drüber schauen oder ihr antwortet beide einfach auf die Frage. Wir konnten ja über die Social-Media-Kanäle von euch, haben wir schon einige sehen können. Da wart ihr richtig aktiv als Dürrmaßheimer. Wie lange lief euer Bundes-Open-Air-Festival am Mittwoch noch? Also eigentlich lief unser Bundes-Open-Air-Festival ungefähr eine halbe Stunde lang, dadurch, dass es halt im Nachhinein auch noch schön was zu essen gab. Aber wir haben auch groß gefeiert. Ich denke, das hat jeder, der einen Preis gewonnen hat und auch allgemein mitgemacht hat. Es gab sehr viele Vorbereitungen. Und allgemein, wie das die Lehrer und ich denke auch sehr viel Herr Ahrens geplant hat, es ist einfach toll, wenn du so ein Erlebnis haben darfst in der Schule, weil man es einfach nicht jeden Tag hat und nicht überall haben kann. Und von daher bin ich voll überzeugt, dass es auch weiter so geht. Jason, euer Schulleiter, der hat angekündigt, als Plan A, dass es gutes Wetter gibt und ihr deswegen rausgeht. Als Plan B hat er gesagt, Plan A zieht. Wie ist es mit dem Wetter gewesen? Ist das trocken geblieben, so wie er angekündigt hat? Naja, also trocken war es eher, es hat genieselt ein bisschen. Aha. Also wo dann halt der Herr Ahrens gesagt hat, jetzt die Farbe hochschmeißen, dann hat es irgendwie plötzlich aufgehört zu regnen. Ja, also das passt doch gut zur Party. Jason, sag mal, eure Schule hat jetzt ja dann nach den Ferien wieder angefangen und es ist ja eine besondere Situation. Im Teil des Jahres musste man dann von zu Hause aus lernen, wie ist gerade die Situation? Wie normal ist der Unterricht schon wieder für euch? Also für mich ist es jetzt normal, weil ich ein Präsenzschüler bin. Ich bin jetzt jeden Tag in der Schule. Aber ansonsten ist es so gleich wie in Vordenferien. Also einfach, naja, also die Gruppe ist jetzt ein school at home und die andere ist ein school at school und das Gleiche ist auch dann eine Woche die und eine Woche die. Ja, ich würde jetzt auch, wenn ich Herrn Ahrens oder Frau Korders anspreche, würde ich Ihnen auch freistellen jeweils, Sie können dann auch gerne beide dazu antworten, weil ich nicht weiß, wer von Ihnen da gezielt antworten möchte. Wir hatten die Schulbesuche ja im Januar und Februar und konnten die ja weitgehend auch noch durchführen und dann kam Corona nach Deutschland und die Herausforderung für verschiedene Schulen oder für die Schulen generell, Ihre Schule. Herr Ahrens, Frau Korders gilt ja so ein bisschen auch als digitaler Pionier. Wie gut waren Sie vor Corona schon auf dieses Thema digitaler Unterricht, Unterricht über die Distanz eingestellt? Hallo erstmal von mir an die ganze Runde. Mittel, muss man sagen. Also wir hatten die Voraussetzungen dafür, digitalen Unterricht machen zu können, weil es im Prinzip ein Lernmanagementsystem gibt an der Schule, auf dem die Schule ohnehin schon sitzt, was den Schülern bedarfsgerecht immer im Prinzip den nächsten für sie möglichen Schritt zuspielt. Und da es ein Web-Tool ist, da ist der Unterricht irgendwie jetzt eh schon zu Hause bei den Kindern, wenn sie in den Lockdown gehen. Was wir jetzt noch gemacht haben, war die Last Mile mit einem Videokonferencing-System und mit einem Messenger, damit Lernbegleitung dann zu Hause stattfinden kann. Wir haben nur noch den Lernbegleiter ins Kinderzimmer gebracht. Die Oberfläche von Unterricht, also sprich die Materialwelt, war schon da über Lernscape, also über unser Lernmanagementsystem. Insofern hatten wir es vielleicht ein bisschen leichter jetzt als viele andere. Ob wir deswegen jetzt ein digitaler Pionier sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Klar, die Schule braucht eine Medienausstattung. Wir hatten sowieso seit drei, vier Jahren, benutzen wir Technologie zur Individualisierung und Differenzierung. Und das, glaube ich, macht es dann ein bisschen besonders, weil wir jetzt gerade auch handlungsfähig waren aus diesem Grund. Zitt, wenn ich dich da mal zu fragen darf, wie war das für dich in der Zeit, als du zu Hause lernen musstest, wie war es möglich, den Kontakt zu den Lehrern zu halten? Also ich fand es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr gut. Dadurch, dass man, es war erst mal eine Umstellung von dem Ganzen her, nicht jeden Tag früher aufstehen, also schon relativ früh aufstehen. Aber es war noch mal was anderes. Es war halt ungewohnt. Aber ich finde auch, wie die Schule sich, also ich finde, jeder aus der Schule, jeder einzelne Schüler, jeder einzelne Lehrer so, hätte an sich ein Lob verdient, weil es einfach alles glatt lief, es hat alles gepasst. Es gab, also bei uns in der Lerngruppe, gab es eigentlich keine Probleme. Und auch das Arbeiten ging voran. Man hatte ganz normal seine Jobs. Das, was man in der Woche erledigen musste, das musste erledigt werden einfach. Und wer nicht hinterhergekommen ist, hat Hilfe bekommen. Die Lehrer waren gleich da. Und die Arbeitszeit auch, es hat einfach generell so einfach alles gepasst. Das klingt sehr, sehr positiv. Das werden Herr Arns und Frau Korder sicher an die Kollegen dann weitergeben. Es gibt seit heute auf dem Schulportal auch ein Konzept dazu, wie Sie mit der Situation umgegangen sind. Vielleicht an beide noch mal, Frau Korders und Herr Arns, welche Anpassungen mussten Sie dann zu dem, was Sie da vorhatten, noch durchführen? Und was können vielleicht jetzt auch andere Schulen, die da noch ganz am Anfang sind, was können die wieder als Learning von Ihnen mitnehmen? Die können sicherlich auch das Konzept dann digital irgendwann oder auf der Seite vom Schulportal angucken. Aber jetzt hier für das Podium, was können Sie weitergeben? Vielleicht Frau Korders kurz? Wichtig natürlich ist zum einen die technische Ausstattung, aber das ist zweitrangig. Also zunächst mal muss man sich gut überlegen, welches Konzept man im Prinzip als Basis darunter legt. Sprich, wie man den Schülern und Schülerinnen ermöglichen kann, gut zu Hause mit diesem System umzugehen. Und da hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir im Vorfeld schon durch unser Lernmanagementsystem gut aufgestellt waren. Und die technische Ausstattung war dann nicht mehr das große Problem. Also das wäre eigentlich der erste Schritt im Hinblick auf diese Situation. Herr Hans, wollen Sie noch ergänzen? Ich würde es noch kurz ergänzen. Wenn die Schule ihren Unterricht so gestaltet, dass sie davon ausgeht, dass der Lehrer mit einer relativen Feinsteuerung die Prozesse im Unterricht steuert, dann ist es erst mal auch ganz schwierig, weil die Schule kaum eine Kompetenz dazu hat, dass Kinder mit Selbstlernmaterialien jetzt umgehen. Und die Schüler sind es im Prinzip auch erst mal nicht gewohnt. Wenn man es so macht, dass man sagt, wir verstehen uns als Lernbegleiter, gehen in ein Konzept der Lernbegleitung, haben im Prinzip die Materialwelt den Kindern zur Verfügung gestellt und begleiten sie jetzt im Umgang damit. Dann ist Selbstlernen natürlich von den Kindern, die können das einfach, weil sie das geübt haben. Und die ganze Materialwelt, die wir haben, ist auch auf einen Selbstlernprozess erst mal ausgelegt, der von Lernbegleitern begleitet wird. Und dieses Lernbegleiten geht eben wo auch immer. Das kann zu Hause sein oder eben auch in der Schule. Ein klassisches Material, ein klassisches Arbeitsblatt, was eine Schule jetzt verwendet, ein Lehrer im Präsenzunterricht verwendet, funktioniert nicht erst mal als Selbstlernmaterial zu Hause. Von daher hatten wir dadurch, dass wir von vornherein selbst auf Selbstlernprozesse eben setzen und auch die Materialien dafür hatten, hatten wir es jetzt ein bisschen einfacher auch in der Corona-Zeit. Dann sage ich vielen Dank für diesen Einblick und nochmal der Hinweis darauf, dass auf dem Schulportal die Möglichkeit besteht, das vertieft nachzulesen, das Konzept sich anzuschauen. Sage Dankeschön an den Schulleiter, der Domas Heimer Volker Ahns, Heike Kordas, die Stellvertreterin und an die beiden Schüler. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, das so spontan möglich gemacht habt, Jason Lünkel und Sid Bundorff. Grüße nach Domas Heim. So, dann möchte ich Hermann Veit nochmal dazu holen, unser Vorjury-Mitglied. Für alle, die jetzt vielleicht verspätet dazugekommen sind, wiederhole ich das auch gerne nochmal. Er sitzt auch mit in der fachlichen Leitung des Regionalbüros Hamburg, ist selber Professor für Pädagogik und eben Teil der Vorjury. Es gibt ja eine Vorjury, die die erste Auswahl trifft, auch Besuche mitmacht und dann eben auch eine etwas kleinere Jury, die die finale Auswahl trifft. Und da ist Herr Veit auch dabei. Und wir haben Herr Veit ja jetzt gerade über das Thema Digitalisierung gesprochen. Wie wird das Ganze im Rahmen des Schulpreises bewertet? Wie schauen Sie sich das an? Sie werden ja wahrscheinlich nicht den, so wie ich es bei den Besuchen erlebt habe, den WLAN-Router checken. Wie ist der Blick auf dieses ja nun hier sehr präsente Thema? Ja, da ist das Mikro, glaube ich, noch. Jetzt. Es ist ganz gewiss ein sehr präsentes Thema, gerade jetzt auch durch die jüngere Vergangenheit. Deshalb, glaube ich, wird die Perspektive im nächsten Wettbewerbsjahr sicherlich noch eine ganz andere sein, als sie bisher war. Aber im Kern geht es immer darum, egal, was in diesem digitalen Bereich an Entwicklungen da ist, es ist immer die zentrale Frage, was trägt es zur schulischen Lernkultur bei? Was trägt es zum Schulleben und zur Kommunikation innerhalb der Schule bei? Wie vereinfacht es Verwaltungsprozesse? Und dahinter die Frage wiederum, was kommt letztlich bei den lernenden Schülerinnen und Schülern an? Und ich finde, Herr Arntz hat eben das schon ganz schön beschrieben im Grunde. Also die Technik spielt eine wichtige Rolle, aber pädagogisch gesehen ist sie sozusagen zweitrangig, weil die entscheidende Frage die ist, was man damit macht. Und wenn man eben schon so weit ist, wie das eben dargestellt worden ist, dass man eben Selbstlernmaterial entwickelt hat, was schon passungsfähig ist, sowohl für die Technik als auch, und das ist das Entscheidende für die Schülerinnen und Schüler, hat man einen ganz anderen Zugang. Und was wir machen oder was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist immer sozusagen diese Vielfalt des Einsatzes von digitalen Medien uns zu betrachten und auch immer nachzufragen, ist das eingebettet in Unterricht? Ist es eingebettet in Medienkonzept? Gibt es in der Schule so etwas wie eine Auseinandersetzung medienkundlicher Art? Gibt es Regeln für die Nutzung von Technik? Also gibt es so etwas wie eine digitale Ethik? Und dann sieht man eigentlich, der Bereich ist sozusagen deutlich breiter. Aber wenn ich perspektivisch sprechen würde, würde ich sagen, wir stehen auch wie alle anderen auch jetzt hier gerade vor einer neuen Entwicklung, die manchmal, denke ich, fast revolutionären Charakter hat. Und es entscheidend dabei ist, zu sagen, eben diese Elemente, die eben angesprochen worden sind, immer diese Entwicklung von den lernenden Kindern aus mit bedenken. Und wenn die keinen Zugang finden, dann macht es keinen Sinn. Wenn sie Zugang haben, dann ist es, glaube ich, ungeheuer hilfreich, diagnostisch, lerntechnisch. Und also von daher, wie gesagt, wir sind, ich glaube, vor allem in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr als Jury lernend in diesem Bereich, als wir es bisher waren. Vielen Dank, Herr Veith, Mitglied der Vorjury im Deutschen Schulpreis, kommen gleich noch mal bei Ihnen vorbei und würden jetzt, wie man auf der Präsentation sehen kann, eigentlich zur Marikale-Gesamtschule Bonn kommen, auch eine Schule, die einen zweiten Preis gewonnen hat, falls doch noch Menschen aus der Region oder Gegend dabei sind. Wir werden die Schule nicht behandeln. Die Frau Kreuzer, Schulleiterin, entschuldigt sich und konnte das selber nicht realisieren und hat so kurz auch keine Vertretung mehr gefunden. Dafür haben wir dann in so einer anstrengenden Woche großes Lob noch mal an alle anderen, die das möglich machen konnten mit der Anstrengung in der Woche. Sie konnten es nicht möglich machen in Bonn. Informationen zu der Schule gibt es dementsprechend auf der Seite, auf den Kanälen des Deutschen Schulpreises, aber eben auch beim Schulportal. Also da gibt es dann auch noch mal die Filme oder natürlich tiefergehende Informationen über die Marikale-Gesamtschule in Bonn. Wir kommen zur Hauptpreisträgerschule. Die aus Niedersachsen kommt. Die Ortfried-Päusler-Schule in Hannover. Auch da vielleicht erst ein paar Zahlen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch unter der Woche vielleicht noch nicht dabei waren oder noch nicht viel wissen. Das ist eine Grundschule mit 373 Schülerinnen und Schülern, 45 Lehrkräften und einem teilgebundenen Ganztag in vier Lernhäusern, die allein, weil die Namen so schön sind, ich gerne noch mal nenne. Das Hexenhaus, das Wassermannhaus, das Gespensterhaus und das Räuberhaus. Und ich freue mich jetzt, dass Alexander Vanin uns zur Verfügung steht, die Schulleiterin. So dunkel wie es bei uns ist, hätte ich fast gesagt, das Räuberhaus. Sie sind aber, glaube ich, zu Hause. Frau Vanin, hören Sie mich? Ja. Ja, hallo. Guten Abend. Jetzt kommt langsam Licht. Ich hoffe, es ist ein bisschen erhellt oder? Ja, ein bisschen. Wir sehen Sie. Alles gut. Wir konnten vorhin schon im Vorgespräch mal sprechen. Da merkte man so richtig die Anstrengungen, die Sie unter der Woche hatten, aber auch wie glücklich und froh Sie waren. Das sah ja, nachdem wir da hinschalten konnten. Sie haben uns ja leider nicht mehr hören können, weil bei Ihnen so viel Trubel war. Es sah ja nach einem positiven Chaos aus. Sie können es vielleicht gleich selbst erzählen, mit gerissenen Kabeln auf der Bühne. Wie war dieser Moment, als Sie das erfahren haben? Was war da alles los? Vielleicht nehmen Sie uns dahin noch mal ein bisschen mit. Ja, also hallo zusammen noch mal und ich freue mich, dass wir in der Runde oder dass ich in der Runde vertreten sein darf. Das war in den Tagen zuvor natürlich schon aufregend in der Vorbereitung und das Ganze dann noch unter Corona-Regeln. Hat es noch mal einen Moment erschwert, als wir dann an dem Mittwoch gestartet sind und auf die Bühne sollten, um letztendlich nach dem digitalen Schulfest die Preisverleihung miterleben zu dürfen, hat einer aus dem Schulleitungsteam aus Versehen das WLAN gekappt, sodass auf unserer Tafel nur noch kein Internet stand und wir dann erst bei Schule zwei oder drei, die den zweiten Platz belegt hat, einsteigen konnten und uns erst mal orientieren mussten, um was es denn überhaupt geht. und wir hatten für uns, nachdem die zweiten Plätze verkündet waren, gedacht, naja, schade, aber das ist auch in Ordnung so und wir freuen uns für alle, die einen Platz belegt haben und mit dem Ergebnis hätten wir beileibe nicht gerechnet. Also wir waren sehr aus dem Häuschen, was man dann den Kindern und uns auch ansehen konnte tatsächlich. Also das war eine riesengroße Überraschung und man sagte, man konnte die Kinder bis zum Maschsee hören, was fast ein Kilometer ist. Also die Südstadt war Bescheid. Wir freuen uns auf diese Videos, wenn die irgendwann auftauchen. Gedreht wurde das Material. Ja, wir haben es auch, wir durften es in der Live-Übertragung noch sehen. Sie haben leider nur uns nicht gehört. Ich war kurz davor, dass wir noch Zettel malen oder irgendwas, aber es war auch so toll zu erkennen, was da bei Ihnen los war. Frau Wannin, wir wollen trotzdem so ein bisschen noch ins, ich sag mal, Fachliche gehen und noch ein bisschen gucken. Das haben wir ja bei jeder Schule gemacht. Wo sind so die die großen Überschriften auch bei den Schulen? Bei Ihnen ist ja dieses Thema Inklusion, was ich jetzt seit 2017 als Moderator der Schulpreise immer wieder erlebt habe, was verschiedenste Kontroversen auslöst, was in manchen Bereichen sehr gut funktioniert. Es gibt immer noch auch große Zweifel daran. In Ihrer Schule wurde in diesem Bereich aber eine herausragende Umsetzung attestiert. Wie funktioniert das? Wie leben Sie das an Ihrer Schule? Also vielleicht vorweg einmal gesagt, es hat mich unglaublich gefreut, dass das Thema Vielfalt und Inklusion so sehr in die Betrachtung gekommen ist und es einfach sich nicht verloren hat mit der Gesetzgebung zu sagen, es ist ein Menschenrecht und alle dürfen gleichberechtigt und vielfältig lernen, ist es dann so ein bisschen mit so einem negativen Touch in den letzten Jahren behandelt worden und eher als Belastung verstanden. Für uns ist es selbstverständlich tatsächlich und eins unserer Grundvoraussetzungen, so leben wir unsere Bildung nach dem Credo, es gibt nicht einige Kinder, die zu inkludieren sind, weil sie unterschiedliche Einschränkungen mit sich bringen, sondern jeder ist inklusiv. Also alle unserer knapp 400 Schülerinnen und Schüler sind inklusiv zu beschulen, denn sie sind so individuell, dass sie Stärken haben, die wir freilegen und mit Potenzialen weiterentwickeln und aber auch Dinge, die ihnen noch nicht so gut gelingen, wo wir schauen, wo der nächste Schritt ist und genauso sehen wir die Inklusion tatsächlich im Kollegium bei uns als Schulleitung sehen wir ebenso an. Also jeder kann etwas besonders gut und einiges besser und einiges kann gut ergänzt werden, wenn man Hilfen bekommt. Teil der Inklusion bei Ihnen war das, was wir auch an den Filmen gesehen haben. Jetzt könnte man sagen, das ist, ich arbeite ja nur beim Fernsehen, das ist das, was man in den Fernsehbeitrag reinnehmen würde, die Gebärdensprache, das, was die Kinder bei Ihnen lernen. Und ich möchte eigentlich gerne Ihnen dazu die Gelegenheit nochmal geben, das ist natürlich in so einem Film kommt das kurz vor und ist, finde ich, sehr beeindruckend zu sehen, aber vielleicht können Sie uns auch nochmal erklären, warum Sie sich überhaupt dafür entschieden haben, das zu machen, warum allen Kindern diese Kompetenz mitzugeben. Fragen. Also grundständig, wenn man wie in allen Zusammenhängen miteinander reden will, dann braucht man eine gemeinsame Kommunikation und wenn wir eine Kommunikation haben, die über die Sprache funktioniert, setzen wir mal voraus, dass die anderen Sinne so sind, dass Sprache aufgenommen werden kann und wenn wir uns aber auf eine andere Sinneswahrnehmung sowie die Augen zum Beispiel begeben, ja dann landen wir bei den Gebärden und viele unserer Schülerinnen Und Schüler haben Einschränkungen im Bereich der Körpermotorik oder der geistigen Entwicklung und bekommen schon letztendlich in ihrer frühkindlichen Entwicklung die Gebärden mit auf den Weg gegeben. Und so ging das nach und nach. Also es war so ein Prozess, dass einige Gebärden einfach übernommen wurden. Und wir haben nach und nach gemerkt, oh, die Kinder finden das interessant. Sie finden es spannend. Sie verstehen es als Geheimsprache untereinander. Und so haben wir es uns zunutze gemacht und den ganzen Tag irgendwann in der Rhythmisierung der Gebärden mit eingezogen. Wie würden Sie den deutschen Schulpreis in Gebärdensprache übersetzen? Ja, das ist eine tolle Herausforderung. Das will ich Ihnen dann im nächsten Gespräch zeigen. Ich habe gehört zu Angela Merkel, Donald Trump gibt es in Zwischenzeichen, aber für den Schulpreis brauchen wir auch eins. Wir gucken mal nach. Also wir arbeiten mit den Kästner Gebärden. Da wird es sicherlich dazu auch eine Gebärde geben. Sie haben sich auch beworben oder haben es gesagt am Anfang, weil Sie eigentlich auch Lust hatten auf das Entwicklungsprogramm, um sich selber vielleicht noch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Jetzt sage ich mal mit dem Schmunkzell, das ist schief gegangen. Sie haben den Hauptpreis gewonnen und zwar mit den 100.000 Euro. Und ich möchte das gar nicht so aufs Materielle, auf dieses Geld reduzieren, aber es ist ja trotzdem eine Möglichkeit, was zu bewegen. Haben Sie schon was im Hinterkopf, was Sie mit den 100.000 Euro anstellen wollen? Ja, das ist so überwältigend, dieses ganze Szenario. Und Herr Veit kann es bestätigen. Der war bei uns. In dem Nachgespräch habe ich tatsächlich gesagt, wir wünschen uns Platz zwei bis 15, um die Möglichkeit zu haben, nochmal vielleicht in das Entwicklungsprogramm zu kommen. Und ja, das hat nicht geklappt in der Tat. Im Nachgang freuen wir uns natürlich darüber. Aber was wir mit dem Geld anstellen, es gibt viele Ideen und sicherlich wird sich da auch noch viel, viel mehr auftun in den nächsten Wochen und Monaten. Da schauen wir dann letztendlich mal. Also wir werden auf jeden Fall die Schüler beteiligen, die Eltern beteiligen, das Kollegium beteiligen und daraus dann ein Potpourri der Ideen schmieden. Also ja, was ich jetzt in den letzten Tagen immer, wenn die ganzen Interviews waren, gesagt habe, uns umtreibt das gesunde Essen auf jeden Fall und die Reintegration der Kinder, die unsere Schule verlassen und irgendwann mit ihrer Schulzeit beendet sind, dann auf dem ersten Arbeitsmarkt in eine Ausbildungssituation zu uns zu holen. Also das wäre eine, das war immer eine Vision. Jetzt mit so einem selbststelligen Betrag im Nacken könnte es vielleicht so ein bisschen greifbarer werden. Mal schauen. Also vielen Dank auf jeden Fall. Und Sie kommen ja in das Netzwerk der Preisträger. Das kann man ja zusagen, wo Sie sich gegenseitig sicher auch wieder treffen und begegnen werden und sich austauschen. Und auch das ist ja Teil des Schulpreises. Und Sie haben schon, Frau Wannin, toll übergeleitet zu Hermann Veith, der ja bei uns ist, aus der Vorjury des Deutschen Schulpreises und der eben als Besucher auch an der Schule war. Und ich finde, oder wir fanden wichtig, diese Perspektive auch noch einmal zu drehen. Es ist ja immer so gar nicht, gar nicht so leicht, wenn man dann über sich selber sprechen muss, dass Hermann Veith, der auch vor Ort war, vielleicht uns nochmal erklären kann, Herr Veith, was hat Sie als Jury beeindruckt an der Alfred-Preußler-Schule in Hannover? Darf ich einen Satz vorweg sagen, bevor ich gleich ins Schwärmen komme und der Eindruck entsteht, ich verliere meine Distanz, die man braucht als Jury-Mitglied? Ich war auch noch an anderen Schulen. Ich habe einen Satz-Klang, der wirklich wirkmächtig ist. Es ist nicht ein einzelnes Ereignis, es sind nicht einzelne Aspekte, sondern es ist das insgesamt. Und ich habe mir dann überlegt, wie kommt das denn? Und das Verblüffende war, die Metapher mit dem Konzert stimmt nicht ganz, weil man selber, wenn man da in der Schule ist, im Grunde Musiker ist. Also es ist nicht so, dass sozusagen die Schule und die Lehrkräfte den Schülern was vorspielen, sondern alle zusammen führen ein Stück auf, wozu es eine pädagogische Partitur gibt. Und jeden Tag entsteht die Schule neu. Das fand ich sozusagen das kulturell bemerkenswert. Und dann eben, was mich hoch beeindruckt hat, war eben, was schon angesprochen worden ist, diese Inklusionskultur. Und aber auch, dass die Projektformen im Bereich von Sachunterricht, dass man tatsächlich nicht sagt, da gibt es fachliche Themen, die die Schüler lernen sollen, sondern umgekehrt sagt, wie kann man die Schülerinnen und Schüler erreichen, damit sie Sachzusammenhänge, mit denen sie täglich umgehen, aus verschiedenen Perspektiven begreifen können. Das fand ich sozusagen grandios, weil es in sich tatsächlich eine Gesamtkomposition war. Also wie gesagt, wenn es jetzt ein bisschen schwärmerisch war und nicht ganz wissenschaftlich-analytisch, es ist einfach sozusagen der Eindruck, der nachwirkt. Vielen Dank, Herr Veith. Auch nochmal, dass Sie da betont haben, dass wir natürlich viele andere, ich durfte vier sehen, aber Sie und die gesamte Jury 15, 20, vor 50 Schulen im Auswahlverfahren im Teil tolle Schulen gesehen haben. Das soll dabei nicht untergehen. Und es soll vor allem nicht untergehen, dass wir auch noch Zuhörerinnen, Zuhörer und Gäste mit in der Runde haben, die auch noch Fragen haben. Ich habe jetzt viele Fragen gestellt und freue mich, wie Sie mitgemacht haben. Deswegen sind wir zeitlich auch so ein ganz bisschen drüber. Aber ich fand es schön, das alles zu hören, wie viel Kreativität da aus ganz verschiedensten Teilen Deutschlands zusammenkommt und sicherlich auch im Austausch noch bleiben wird. Wir haben jetzt insgesamt mal 15 Fragen, die wir angehen würden in der Reihenfolge auch der Schulen, wie wir sie vorgestellt haben. Es gibt auch noch eine Frage an Herrn Veith und auch an das Team des Deutschen Schulpreises. Aber wir beginnen mal mit den Fragen zu den Schulen. Und ich würde da sagen, wo wieder mehrere Vertreter an den Schulen sitzen, können Sie gerne untereinander sich auch abstimmen, wer die Antworten gibt. Schauen wir mal auf die erste Frage. Die Frage habe ich hier sogar guckt. Das ist doch hier vom Redaktionsteam perfekt gemacht worden. Also die erste Frage geht an die BBBS Einbeck. Und zwar lautet Frage 1. Wie kann meine Schule einen ersten Schritt hin zum Schülerfeedback gehen? Herr Döring sicher als Ansprechpartner in Einbeck. Ja, also den Entwicklungsstand, den wir jetzt haben, da muss man sagen, das ist ein Ergebnis im Grunde aus 20 Jahren Schulentwicklung. Wir haben tatsächlich vor 20 Jahren damit begonnen, das erste Mal unsere Schülerinnen und Schüler zu befragen. Und zwar in Bezug auf die Zufriedenheit innerhalb der Klasse. Da wurde also nicht die einzelne Lehrkraft bewertet, sondern insgesamt die gefühlte Zufriedenheit sozusagen im Durchschnitt über alle Lehrkräfte, die zum Klassenteam gehören. Das schützt erstmal sozusagen die einzelne Lehrkraft, gibt aber trotzdem auch schon Hinweise an das Klassenteam, wo sind wir gut, wo können wir vielleicht noch besser werden. Und man kommt als Team ins Gespräch über guten Unterricht. Und das ist erstmal ganz, ganz wertvoll, dass Lehrerinnen und Lehrer sich tatsächlich über guten Unterricht austauschen und sich darüber unterhalten, was kann ich gut, was gelingt vielleicht nicht so gut, wo können wir vielleicht gemeinsam noch bessere Lösungen finden. Wir sind dann nach einigen Jahren der Erfahrung, nach diesem System der Klassenteam bezogenen Befragung erst übergegangen zu einem Individualfeedback. Und da gab es eine Übergangszeit, dass wir zunächst dieses Instrument zur Verfügung gestellt haben. Im ersten Jahr, die Teilnahme war freiwillig für alle Lehrkräfte. Im zweiten Jahr war es dann verbindlich teilzunehmen an der personengenauen Unterrichtsevaluation. Aber die Ergebnisse sind noch bei der Lehrkraft verblieben. Und erst ab dem dritten Jahr war es dann so, dass die Ergebnisse auch an die Schulleitung gingen und wir eben die Feedbackgespräche geführt haben. Und da sei auch nochmal ganz klar betont, es geht in diesen Feedbackgesprächen zwischen Schulleitungsmitgliedern und Lehrerinnen und Lehrern nur um zwei Dinge. Und zwar um Anerkennung für die Arbeit und um Unterstützung, wenn es sein muss. Es geht nie um den erhobenen Zeigefinger, es geht nicht um Zielvereinbarung oder was auch immer in diesem Kontext, sondern es geht um Anerkennung und um Unterstützung. Das heißt, das ganze System basiert wirklich auch auf Vertrauen, auch Vertrauen gegenüber den Leitungspersonen. Und dieses Vertrauen ist ein ganz hohes Gut im Gesamtzusammenhang. Ja, vielen Dank, Herr Döring, erstmal dafür. Es gibt eine zweite Frage, die noch an die BBS in Einberg geht. Und zwar bezieht die sich auf Entwicklungsprogramm. Woran haben Sie im Entwicklungsprogramm gearbeitet? Vielleicht haben Sie da ein konkretes Beispiel. Ja, wir gehörten ja vor drei Jahren, 2017, zu den Top-20-Schulen, waren aber nicht nominiert und waren dann eine der glücklichen ersten Schulen, die eben teilnehmen durften am Entwicklungsprogramm. Wir haben ein ausführliches Feedback bekommen damals von Herrn Berkemeyer und der beobachtete Unterricht in unserer Schule war sozusagen in verschiedenen Bereichen entwicklungsfähig. Das war einerseits, ich sage mal, die Königsdisziplin Individualisierung und Differenzierung. Darauf bezogen haben wir dann Zielvereinbarungen abgeschlossen mit der Robert-Bosch-Stiftung und wir wollten insgesamt noch stärker kompetenzorientiert unterrichten. Das war uns auch wichtig. Und das waren so die beiden zentralen Aspekte. Daraufhin bezogen haben wir weitere Instrumente auch entwickelt, in verschiedenen Klassen erprobt und letztlich dann auch den ersten Schritt sozusagen der Ausbreitung in der Schule gegangen. In dem wir einen großen Workshop-Tag gemacht haben am Ende des Entwicklungsprogramms für alle Lehrkräfte und unsere Unterrichtsentwicklungsarbeitsgruppe, die sich gebildet hatte in diesen zwei Jahren, hat dann auch insgesamt sechs Workshops durchgeführt, die wiederum individuell von Lehrkräften gewählt werden konnten. Es bleibt jetzt weiterhin die große Aufgabe natürlich, alles in die Breite zu bringen und die neu entwickelten Instrumente sozusagen tragfähig umzusetzen. Vielen Dank, Herr Döring. Es gibt sicherlich da in nächster Zeit dann auch immer noch die Gelegenheit, da vertieft einen Austausch zwischen den Schulen hinzubekommen oder sich dann eben an die Personen der Preisträgerschule zu wenden. Ich würde weitergehen Richtung Schüttertal. Frau Wenglein und Frau Brandt sitzen da noch. Die Frage an Sie ist, wie schaffen Sie es, mit jahrgangsgemischten Klassen 1 bis 4 zu arbeiten? Was sind die wichtigsten Tipps und Tricks? Noch irgendwas? Ja, Frau Brandt, ich wollte grundsätzlich so, dass wir ein Konzept entwickelt haben, dass jedes Kind nach seiner eigenen Lernspur arbeitet. Und das ist dann so, dass es unabhängig davon ist, in welcher Jahrgangsstufe ich bin, arbeite ich einfach in meiner Spur weiter. Das heißt, es verwischt sich auch so ein bisschen. Manche Zweiklässler arbeiten quasi schon in der Drittklässler-Spur, wenn man so will, und umgekehrt. Und so lassen sich auch die Inklusionskinder natürlich recht einfach integrieren. Es ist klar, jeder arbeitet in seinem eigenen Tempo und wir sind alle unterschiedlich. Also wir müssen ein Konzept dafür haben, dass es klar ist für alle Kinder, wir sind alle unterschiedlich und wir arbeiten alle an unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichem Tempo. Für Sie gibt es noch eine zweite Frage, die lautet, warum haben Sie sich überhaupt für den Deutschen Schulpreis beworben? Da antworte ich mal. Also wir waren bei uns in der Region sowieso schon in einem Netzwerk drin, der Ortenauer Weg, der von der Bildungsregion bei uns in Ortenau gesponsert wurde oder auch unterstützt wurde. Und die haben uns eigentlich auch dazu ermutigt, weil wir eigentlich schon relativ viel auch so in unser Team investiert haben und viele gemeinsam schon an unserer Schule entwickelt haben. Und dann haben wir dort eigentlich so das Feedback bekommen, dass wir das doch eigentlich auch mal im Deutschen Schulpreis probieren sollten. Ungekehrt war es so, dass wir einfach gemerkt haben, dadurch, dass wir uns jetzt beworben haben, mussten wir ganz genau auf unsere Schule gucken, auf unsere Entwicklung gucken. Was haben wir sozusagen schon entwickelt? Wo wollen wir hin? Und es war einfach mal so ein Zwischenstopp quasi, um genau hinzuschauen, weil diese Schulentwicklung ist ja nie abgeschlossen. Das ist ja immer ein Prozess. Und das war einfach mal so ein Stehenbleiben und genau hinschauen und auch mal strukturieren. Also es hat uns sehr gut getan. Und wir haben natürlich auch darauf gehofft, dann einfach ein Feedback zu kriegen und uns weiterentwickeln zu können. Vielen Dank, Frau Benglein und Frau Brandt in Schuttertal. Schuttertal, ich würde weitergehen nach Essen. Auch für Essen gibt es eine Frage, eine längere Frage, richtig an den Herrn Brennold. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Schülerinnen und Schüler gute Leistungen erbringen, obwohl Ihre Startchancen ja nicht immer gut sind? Was machen Sie anders als andere? Entschuldigung, es gibt ja verschiedene Förderprogramme, um das Ganze anzugleichen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir zum Beispiel sehr viele Schülerinnen und Schüler haben, die am Anfang vielleicht mit sehr großen Sprachdefiziten zu uns kommen. Und wir ziehen also durch die sämtlichen Jahrgangsstufen den sprachsensiblen Unterricht durch. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, den möchte ich zumindest als Grundförderung mal kurz ansprechen. Und zwar kommen Schülerinnen in der Klasse 5 zu uns, die eventuell auch Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und dort haben wir das sogenannte Achtsamkeitstraining, was dazu führt, dass sich Schüler nachher dauerhaft konzentrieren können. Das Ganze ist gefördert und begleitet von der Universität Duisburg-Essen, die auch nachgewiesen haben, dass dieses Achtsamkeitstraining tatsächlich auch wirksam ist. Vielen Dank, Herr Brennold, für die Antwort auf die Frage an das Gymnasium Essen Nordost. Wir gehen weiter an die Hartschule Dörmersheim. Da gibt es anderthalb Fragen. Aus der mache ich mal für Herrn Ahrens und Frau Korders eine Frage. Wie haben Sie Ihre School-at-School- und At-Home-Konzepte entwickelt? Und wie entwickelt man selbst Lernmaterial? Ich würde Ihnen wieder überlassen, untereinander abzustimmen, wer von Ihnen gerne antworten möchte. Die Entwicklung der School-at-School ist klar. Wir haben alle Schulbetrieb. Das ist eben der Schulbetrieb in der Schule. Und die Frage ist, wenn ich Unterricht so gestalte, dass ich, so wie ich es vorhin schon versucht habe zu erklären, in der Feinsteuerung immer wieder im Unterricht vorgebe, was als nächstes passiert, also in der Mikrosteuerung bin, dann habe ich wenig Möglichkeiten zu differenzieren, zu individualisieren, lernen, in unterschiedlicher Geschwindigkeit zu machen. Und uns geht es da ein bisschen mit den Schuttertälern. Wir sind auch asynchron unterwegs. Der Schulbetrieb ist asynchron. Die Kinder arbeiten sowieso in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann nicht synchronisiert vor der Tafel stehen und für Kinder denselben Unterricht machen. Wir sind davon weggegangen und haben gesagt, alles, was ein Kind braucht, um eine Kompetenz zu erwerben, packen wir in einen sogenannten Lernjob rein, der dann Input-Blocks hat, Advanced-Organizer, Post-Organizer, was man eben alles braucht. Und der Lernbegleiter geht jetzt mit den Kindern diese Aufgabenpakete nachher durch und macht da verschiedene Checks und so weiter. Und wenn es jetzt so ist, dass du so eine Lernwelt hast und die Kinder auch auf diese Art zu arbeiten, auch trainiert sind und mit der Selbstständigkeit und eigener Verantwortung, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, das könnt ihr auch von zu Hause machen. Und die School at School, wir leben als dreizügige Schule im Raumprogramm einer zweizügigen. Das heißt, wir leben da echt in großer Raumnot. Und damit war völlig klar auch, wir kriegen das Distancing in der Schule jetzt nicht unbedingt hin, so wie es Corona-konform wäre. Deswegen haben wir auch jetzt immer noch ein bisschen School at School, School at Home. Wir haben noch nicht alle Schüler da. Und die School at Home funktioniert im Prinzip so, dass es eine Tagesstruktur gibt. Um halb neun morgens ist ein Video mit offen und um halb eins mittags ist die Schlusssetzung. Und dazwischen arbeiten die Kinder an den Jobs und dann sind immer parallel verschiedene Videoräume einfach offen, wo die Kinder jetzt reingehen und dort einfach Fragen stellen können. Und fertige Arbeitsergebnisse schicken die Kinder uns über den Messenger-Dienst. Und dann gibt es entweder Daumen hoch oder Text oder kommen wir in einen Videocall, dass wir darüber sprechen können. Und so gibt es Lehrer, die jetzt speziell in der School at Home waren einfach. Und die anderen waren in der School at School. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass wir auch ganz viel Unterricht aus dem Klassenzimmer heraus, jetzt gerade nach Hause aus senden. Im Prinzip sind jetzt alle ausgestattet mit guter Technik, so dass wir eigentlich von überall nach überall senden können. Und damit kann man eigentlich auch alle Leute erreichen. Der zweite Teil bezog sich ja nochmal konkret auf die Entwicklung von Selbstlernmaterial. Genau, beim Selbstlernmaterial geht es einfach darum, dass ich eine Dramaturgie brauche. Wenn ich so ein Aufgabenpaket baue, stellen Sie sich vor, ich habe ein 50-Minuten-Aufgabenpaket und es widmet sich einer ganz bestimmten Kompetenz. Ich kenne die Kontexte der Kompetenzen, die dafür als Voraussetzung notwendig sind. Und dann kann ich sagen, okay, ich mache sowas wie zum Beispiel ein Advanced Organizer, indem ich geschwind mal darstelle, worum geht es hier eigentlich. Muss man sich so vorstellen. Ich will in der Stufe 6 jetzt eine Wortart einführen, Adjektive. Dann ist die erste Aufgabe zum Beispiel einfach mal das Einbetten, was gibt es überhaupt alles für Wortarten und so weiter. Dann geht man mit einem Aufgabenpaket da durch. Da gibt es immer mal wieder Hinweise auf Videos, die wir selber machen oder die vielleicht Sofa-Tutor-Videos sind oder sowas. Dann arbeiten sich die Kinder einfach da durch, tragen nachher nochmal ihr Wissen zusammen und jetzt gehen wir mit den Kids in den Check. Sprich, ein Schüler steht jetzt tatsächlich vor mir an meinem Input-Tisch oder jetzt eben im Videomeet und dann gehe ich mit dem einfach nochmal diesen Job durch und stelle so fundamentale Fragen, die dann auf diese Kompetenz abzielen, eigentlich um die es geht. Also der Selbstlernjob muss im Prinzip ein Element der Vergewertigung haben, wo ich sage, wo bin ich hier gerade überhaupt, was kann ich hier gerade jetzt lernen. Dann muss es ein Weg sein, ein niveau-differenzierten Weg. Die Jobs gibt es immer für grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau, sodass wir so diese Über- und Unterforderungsgeschichten irgendwie rauskriegen. Dann brauchst du eine gute Lernspur ohne didaktische Brüche. Wenn wir uns sehr auf die Sprache dann achten, so mit den Inklusionskindern ist es auch nochmal eine ganz besondere Aufgabe. Da muss man sich viel Mühe geben auch für die Jobs, dass die für die Inklusionskinder funktionieren. Und dann musst du unbedingt am Ende von so einer Selbstlernaufgabe nochmal so einen Postorganiser haben, wo das Kind die Möglichkeit hat, nochmal für sich zusammenzutragen, was habe ich hier jetzt eigentlich gerade gelernt. Und damit geht man nachher in ein Lern-Check-Gespräch und spricht einfach nochmal durch, was genau war jetzt hier zu lernen, sodass das Kind nochmal die Vergewertigung hat. So, diese Kompetenz habe ich jetzt erreicht. Vielen Dank, Herr Arndt. Vielen Dank nach Domersheim. Mit Blick auf die Uhr kann ich sagen, wir haben noch zwei Fragen, die wir bearbeiten. Sie haben ja alle eine sehr lange Woche anstrengende Zeit hinter sich. Die zwei Fragen würde ich gerne noch bearbeiten. Frau Vanin von der Hauptpreisträgerschule, sie kann ich tatsächlich verschonen. Sie haben wahrscheinlich schon so viele Interviews geführt, aber da gab es jetzt keine konkrete Frage. Das wird Ihnen aber wahrscheinlich, wie ich aus dem Vorgespräch von mir gehört habe, ganz recht sein, nachdem Sie schon so viele Interviews gegeben haben. Es geht eine Frage noch direkt an den Herrn Veith, damit an die Jury. Herr Veith, die Frage lautet, erkennen Sie sehr gute Schulen mittlerweile direkt auf Anhieb? Herr Veith? Nein, ja, ich höre Sie. Ich schüttle mit dem Kopf. Ich vermag es nicht zu sagen, man muss ungeheuer vorsichtig sein. Man muss sich sozusagen wirklich einlassen. Das gilt sowohl für die Bewerbungsunterlagen. Da muss man sehr differenziert unterscheiden zwischen Prosa und Lyrik und tatsächlich substanzieller Einlassung. Und wenn man in eine Schule kommt, nein, wir brauchen länger. Wir brauchen wirklich die Zeit, in der wir da sind, um den Eindruck zu bekommen. Also ein längerer Prozess, um das rauszufinden, um das auch dann vielleicht abzusichern, was man am ersten Eindrücken hatte. Die letzte Frage geht jetzt direkt ans Deutsche Schulpreisteam, in dem Fall an Andrea Preusker, die hier noch bei mir steht. Wie kommt man ins Entwicklungsprogramm? Das benutzen wir ja immer alle so selbstverständlich, die mit dem Schulpreis inzwischen zu tun haben. Aber es lohnt immer, das auch zu wiederholen und nochmal zu erklären in aller Ruhe. Deswegen die Frage an Sie, Frau Preusker, wie kommt man jetzt weg ins Entwicklungsprogramm? Ja, das Entwicklungsprogramm ist mehrfach gefallen. Das empfehle ich ganz kurz, worum es im Kern geht. Wir wollen Bewerberschulen auf dem Weg ihrer weiteren Schulentwicklung ganz eng begleiten und unterstützen. Das sind einzelne schulspezifische Fragen im Fokus, die wir innerhalb von zwei Jahren angehen und gemeinsam bearbeiten. Darum geht es. Jedes Jahr können sich 20 Schulen qualifizieren für dieses Programm. Wir nehmen alle Top 20 Schulen auf, die nicht mit dem Preis ausgezeichnet werden können und aus dem Kreis der übrigen Gewerbeschulen weitere sechs Schulen, die besonderes Potenzial haben, die diese Runde gut ergänzen. Das ist der Kreis, den wir jedes Jahr aufnehmen können in dieses zweijährige Programm. Vielen Dank dafür. Und vielleicht mit kurzem Blick auf die Ausschreibung für den Spezialpreis. Wo kann man zumindest, das wollen wir jetzt auch mit Blick auf die Zeit jetzt nicht zu sehr ausufern lassen, aber wo können diejenigen, die sich informieren wollen über den doch speziellen Schulpreis, der jetzt ansteht 2021, wo kann man sich idealerweise informieren, möglicherweise dann auch registrieren und bewerben? Vielleicht das als kurzen Einblick, damit wir diejenigen, die sich vielleicht deswegen auch heute eingewählt haben, noch an die Hand nehmen. Auf unserer Website sind natürlich alle Informationen bereitgestellt. Was ist notwendig für eine Bewerbung? Welche Schritte sind einzeln vorzunehmen? Und wir werden gleich morgen früh Sie vielleicht wiedersehen im A-Camp ab 11 Uhr im Rahmen dieser digitalen Themenwoche, um über die Ausschreibung zu sprechen und Ihre Fragen zu beantworten. Super. Dann bleibt es bei mir jetzt nur ganz viel Dankeschön zu sagen an alle Schulen, die vertreten waren, trotz dieser anstrengenden Tage, trotz der anstrengenden Wochen und Monate davor, in diesem speziellen Jahr, wo ja dann Dinge auch mal verschoben und verlegt werden mussten. Danke dafür. Ich bedanke mich bei Hermann Veith, der als Vertreter der Jury zur Verfügung stand. Danke an Andrea Preusker, im Hintergrund Lars Bayer, der das Ganze technisch gelöst hat. Und an alle Teilnehmer, die sonst heute dabei waren. Schön, dass sie sich diese Zeit am Freitagabend genommen haben. Und ich persönlich kann nur sagen, für mich war es wieder toll, so viele verschiedene Schulen in ganz Deutschland kennenlernen zu dürfen mit so vielen kreativen Ideen, so vielen tollen Konzepten und hoffe, dass sie sich untereinander noch irgendwie weiter austauschen können und jeder irgendwie von einem anderen was lernen kann, damit die Schulen dann Stück für Stück noch besser werden und die Schülerinnen und Schüler weiter an so tollen Schulen lernen dürfen. Danke Ihnen. Machen Sie sich einen schönen Abend. Das war es von mir. Grüße hier aus Stuttgart, aus der Robert-Bosch-Stiftung und irgendwo irgendwie im Zusammenhang mit dem Schulpreis sehen wir uns sicherlich mal wieder. Machen Sie es gut. Grüße von mir. Herzlichen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.